Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd 4. Panzerarmee Juli 1943 Kursk Wir sind an den Grenzen unserer Kräfte angelangt. Tagelang toben schon die Kämpfe im Südabschnitt und es fallen immer mehr Fahrzeuge aus oder müssen mit schweren Schäden zurück. Unsere Verluste steigen und mehr und mehr lichten sich die Reihen. Wir kommen scheinbar durch die Abwehrstellung nicht durch oder wenn man durchgekommen ist, ist der Angriffsverband so klein, dass es nicht mehr reicht um weiter durchzustoßen. Unsere Kompanien werden durchmischt und wir leben nur noch von einem Angriffsschwerpunkt bis zum nächsten Unterstützungseinsatz. Mir fehlt der Schlaf und wir brauchen alle etwas Ruhe. Man wird unkonzentriert, aber solange unsere Rosinante keinen verpasst bekommt sind wir immer mit an der Spitze der Verbände. Wir wurden mittlerweile umdirigiert da scheinbar der Russe immer mehr versucht in unsere Flanke zu drücken. Also wieder weite Vorstöße Richtung Westen durch unsere Aufklärer und wo auch immer der Russe sich massiert zeigt geht es an den Feind. Mir ist das ganz recht lieber einen mobilen Gegner im Felde stellen als gegen eingegrabene Stellung zu fahren und sich den Panzer zerschießen zu lassen. Wohlan, wir sind mit mehreren Fahrzeugen als Eingreifsreserve eingeteilt und rollen in nordwestliche Richtung vor. Der Hauptverband wühlt sich weiter Richtung Kursk und ich hoffe, dass die bald alle Verteidigungslinien durchbrochen haben. Das Wetter wird wieder schlechter, leichter Regen setzt ein und wenn wir Glück haben weicht der Boden nicht zu sehr auf. Wir umfahren ein Waldstück und ein Spähfahrzeug hält auf unseren Spitzenpanzer zu. Wir halten und nach 20 Minuten gibt es eine neue Order. Es wurde eine Packeinheit ausgemacht, die wohl zu weit vorgedrungen ist. Zwölf LKW mit angehängten Packgeschütze, die gerade beim Abprotzen sind. Wollen sicherlich eine Rückzugsstellung errichten, damit die Panzerverbände nach einem ich sage mal nicht so erfolgreichen Angriff sich dahinter verkriechen können oder unsere Verbände in eine Falle locken also vor die Rohre der Packe. Alles möglich, also kein Risiko. Wir laden Sprenggranaten und wollen an den Waldrand heran. Wir müssen wieder Richtung Südwesten eindrehen und dann haben wir sie in der Flanke. Wir fahren mit zwei Vierern Spitze und brechen durchs Unterholz. Die haben uns sicherlich gehört, aber ich denke so schnell sind die Geschütze nicht gedreht. Und richtig, die ganze Lichtung steht voller LKW und die Russen laufen wild durcheinander. Die meisten Geschütze sind noch nicht mal abgeprotzt oder werden gerade in ausgebaute Stellung geschoben. Es ist wie Hasenschießen. Wir öffnen das Feuer und die Sprenggranaten schlagen zwischen den Rotarmisten ein. Erdfontänen springen aus dem Boden, MG Kugeln peitschen durch LKW planen und Körper werden durch die Luft geschleudert oder Stürzen getroffen zu Boden. Jetzt bekommen wir auch Feuer, aber es ist Gewehr und nur vereinzelt MG Feuer. Die Angreifer werden aber schnell ausgeschaltet. Wir schießen alles zusammen was sich bewegt, aber irgendwie konnten ein paar todesmutige Rotarmisten ein Geschütz in Feuerstellung bringen. Ich sehe die Gesichter groß in meiner Optik, auf die Entfernung kann man nicht daneben schießen. Der Rechtsschütze der Pack zögert noch und ich sehe den Abschuss der Pack, in dem Moment feuere ich auch und mit dem Einschlag in die Packbesatzung kriegen wir einen Volltreffer ab. Der Panzer steht, er ist aus und qualmt, es ist Qualm im Kampfraum. Peter schreit in den Kampfraum hinein, ob alle in Ordnung sind. Nur der Funker sagt nichts, er ist hoffentlich nur bewusstlos. Der Gefechtslärm ebbt ab und unsere Kameraden ziehen an uns vorbei weiter vor. So decken sie uns gegen weiteres Feindfeuer. Der Ladeschütze rüttelt am Funker und der kommt wieder zu sich. Alles noch dran meint er, aber der Treffer saß wohl vorne rechts. Der Motor springt wieder an und wir machen die Luken auf, damit der Raucher abziehen kann. Der Kampf ist vorbei. Wir melden über Funk, dass wir getroffen sind und nachdem die Infanterie die restlichen Russen zusammengetrieben hat, klettern wir aus unserer Rosinante hinaus. Rundherum brennende LKW und zerstörte Geschütze. Nicht alles zerschossen, scheinbar sind noch 5 von den Dingern in Ordnung. Also doch etwas Beute. Nur wie bekommt man die wieder nach hinten? 60 Gefangene und der Rest der Russen liegt überall im Gelände verstreut. Meine Kameraden stehen noch am Panzer und schauen sich die Bescherung an. Volltreffer zwischen Seitenvorgelege und Wanne. Noch eine Schweißnaht gerissen und die Kette ist ab. Das kriegen wir so schnell nicht wieder hin. Entweder abschleppen oder abwarten. Die Kampfgruppe muss weiter. Ein Schützenpanzerwagen mit Grenadieren bleibt bei uns und wir warten auf den Werkstattzug und den Tross der die Gefangenen und die Paks einsammeln soll. Ich bin nicht traurig über etwas Ruhe, doch ich denke Peter wollte weiter. Er hat Glück, ein Kommandant wurde verwundet und muss auch zurück. Er bleibt mit den anderen Verwundeten bei uns und Peter übernimmt den Kameradenpanzer. Mach keine Dummheiten Peter gebe ich ihm noch mit auf den Weg und er erwidert lachend das ich nicht sein Vater wäre. Der Kampfverband fährt weiter und wir machen es uns gemütlich. Die Russen tragen ihre Toten zusammen und werden angewiesen ein großes Loch auszuheben. Ich bewache die Soldaten die das Grab ausheben und passe auf das keiner ausbüxt. Mittlerweile hat Lothar unser Ersatzfahrer was zu futtern organisiert und wir können uns etwas Eintopf ins Kochgeschirr löffeln. Die nicht ausgebrannten Russen LKW werden durchsucht und die Munition und was man noch so findet wird zur Auffrischung des eigenen Proviants genutzt, auch wenn es flüssig ist. Wir schnappen uns ein paar Russen und lassen an einer günstigen Stellung noch zwei Packs aufstellen. Richtung Westen zeigen die, falls da noch ein Panzerverband auftaucht haben wir wenigstens ein paar schlagkräftige Argumente. Jede Pack kriegt 10 Schuss Munition und ich erkläre einem älteren Unteroffizier der Grenadiere wie man eine 7,62er Pack bedient. Es regnet nicht mehr und wir hören in der Ferne starken Kampflärm. Sicherlich unser Verband der nun auch wieder auf die Russen geprallt ist. Es ist schon später Nachmittag als ein Schützenpanzerwagen mit Verwundeten auftaucht. Ein Oberfeldwebel lädt die bei uns ab und will dann schnell wieder nach vorne, da ist wohl ordentlich was los. Verdammt und wir sitzen hier rum und können nichts machen. Es mögen zwei Stunden vergangen sein und wir warten unter bewölkten Himmel auf den Trost und die Werkstattleute. Ich sitze mit ein paar Grenadieren an den Geschützen und wir haben uns etwas Kaffee organisiert. In der Ferne hören wir Motorengeräusch und wir vermuten aus Osten kommend unsere eigenen Leute. Schnell stellt sich auch heraus das es die eigenen sind. Drei Lkw und eine Zugmaschine, davor noch ein Kübel. Keine Bedrohung und alles entspannt sich. Wenn ich das richtig sehe steht Schmidt im Kübel und winkt. Der Spieß ist auch mit dabei, na denen ist wohl langweilig in ihrem mobilen Gefecht stand. Ich freue mich und gehe schon auf die ankommenden Kameraden zu und so bekomme ich gar nicht mit, dass plötzlich die rote Luftwaffe über uns ist. Schlachtflieger stürzen sich auf die Lichtung und feuern aus allen Rohren, werfen Bomben und ein Inferno aus Explosionen und herumfliegenden Splittern lässt die ganze Welt in Lärm und Staub versinken. Alles läuft wild durcheinander und die roten Flieger stürzen immer wieder auf uns herab. Eine Geschossgabe jagt durch die Masse der Gefangenen und zerreißt viele der Russen, gefolgt von Bombenabwürfen die alles durch die Gegend wirbeln. Ich laufe wild springen durch die Gegend nur um Deckung zu finden. Schnell nur schnell zu Rosinante, 200m das sollte passen. Wieder zischen Geschoss an mir vorbei und zerreißen eine der Pack mitsamt den dahinter kauenden Grenadieren. Ein LKW explodiert. Wieder fallen Bomben und ich weiß nicht mehr wo vorne und hinten ist. Noch 150m bis zum Panzer. Dann sehe ich wie dunkle Punkte zur Erde rasen und in einem Feuerblitz fliegt mein Panzer in die Luft. Trümmer fliegen auf mich zu, der Turm dreht sich noch in der Luft, ein Feuerstrahl schießt aus dem Inneren und eine weitere Druckwelle, eine Bombe reißt mich von den Füßen. Ich werde in eine Vertiefung geschleudert und Dreck und Steine landen auf mir. Schmerzen überall, die Lunge, keine Luft zum Atmen. Noch etwas schweres landet auf mir. Ich versuche hochzuschauen und kann nur Qualmen und Explosionen sehen. Wieder schlagen Geschosse um mich herum ein und weitere Bomben fallen. Ich bete dass es bald vorbei ist. Dann wird es ruhiger und nur noch vereinzelte Schüsse sind zu hören. Jetzt Stille und scheinbar kommt nun erst meine Fähigkeit etwas zu hören zurück. Schmerzensschreie dringen an mein Ohr. Ich versuche mich zu drehen. Ich schaffe es. Ein Körper liegt auf mir. Ich drücke mich hoch und ein Feldwebel der Grenadiere rollt von mir herunter oder das, was von ihm noch über ist. Die Augen weit aufgerissen schaut er ins Leere. Es fehlt die untere Körperhälfte, einfach weggerissen. Überall Blut. Ich versuche auf die Beine zu kommen, es fällt mir nicht leicht. Arme und Beine haben etwas abbekommen aber wohl nur Splitter. Keine schwere Verwundung. Ich sitze auf den Knien und schaue mir meinen Panzer an. Rosinante ist nicht mehr. Volltreffer. Ich versuche meine Kameraden zu erspähen, kann aber keinen sehen. Mit rauchtgeschwärztem Gesicht torkel ich zum Wrack. Blut läuft mir die Arme runter, aber es scheint nicht so schlimm. Ich komme bis auf 20 Meter an das noch brennende Panzerwrack heran. Da liegt Lothar. Halb verbrannt und der Schädel eingedrückt. Zwei Mann sind noch im Wrack. Man kann die Körper oder die Reste davon noch brennen sehen. Alle weg. Alles aus. Ich sinke auf den Boden und weine. Ich kann nicht mehr. Alles vorbei. Meine Kameraden gefallen. Mein Panzer im Eimer. Rundherum ein qualmendes brennendes Inferno. Viele sind nicht mehr auf den Beinen. Die Russen die es nicht erwischt hat sind getürmt. Die Zugmaschine ist auch getroffen sowie die beiden LKW. Schmidt, was ist mit Schmidt? Ich reiße mich zusammen und zwinge mich aufzustehen. Meine Beine gehorchen und ich blende die Hilfeschreie der überall herumliegenden Verwundeten aus. Ich stolpere weiter, weiche Trümmern und Körperteilen aus. Ein Rotarmist schreit unmenschlich und versucht sich noch die abgerissenen Beine abzubinden. Daneben einer ohne Kopf. Eingeweide liegen wie Schlingpflanzen am Boden. Verbrannte Menschen, ob Freund oder Feind ist nicht zu erkennen. Ich sehe den Kübel, er liegt auf der Seite. Daneben der Spieß. Blut überströmt kniet er neben der Straße. Ich rufe ihn, er hört nicht. Ich komme näher und sehe Schmidt in einer großen Lache aus Blut liegen, die schon in den Boden sickert. Der Spieß presst seine Jacke auf Schmidts Brustkorb. Ich komme dazu, will mein Verbandsmaterial herausholen. Er winkt ab und schüttelt leicht den Kopf. Blass ist Schmidt, das Leben verlässt ihn. Ich spreche ihn an, was er wieder für einen Blödsinn hier veranstaltet. Ein Lächeln zeigt sich auf seinem Gesicht. Er röchelt etwas und ich muss mein Ohr ganz dicht an ihn heranbringen. Dann höre ich ihn sagen. Rudolf, das mit Kursk und dem Schnaps musst du jetzt alleine machen. Er krampft wieder. Ich sehe, dass dem Spieß die Tränen runterlaufen. Er weiß auch, dass es zu Ende geht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann bringe ich noch ein Halt durch raus. Er lächelt schwach und sagt mit der Sterben der Stimme. Grüßt die Heimat Rudolf. Und Schluss. Die Augen verblassen und das Leben ist aus dem Körper entwichen. Der Spieß dreht sich weg und ich kann auch nicht mehr. Teilnahmslos sitze ich bei Schmidt und weine und weine. Warum. 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 Mein Freund Schmidt. Meine Besatzung. Mein Panzer. Alles weg. Alles weg, wofür es sich hier an der Front zu leben lohnt. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist alles zu viel für mich. Ich kippe zur Seite und schließe die Augen. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd Vierte Panzerarmee Juli 1943 Kursk Es rüttelt an mir. Ich öffne die Augen. Ein Sunny sitzt bei mir und hilft mir mich aufzurichten. Er gibt mir was aus der Feldflasche zu trinken und schaut sich meine Arme und Beine an. Das sind nur Kratzer meint er zu mir und fängt an mich zu verbinden. Ich lasse es geschehen und bin still. Er meint dass hier ganz schön was los war. Ja da hat der Ivan uns kalt erwischt. Ich sage nichts, hänge meinen Gedanken nach. Nach 10 Minuten habe ich Verbände an Arm und Beinen und bleibe am Kübel sitzen. Sich zu bewegen fällt mir schwer. Ich sehe wie der Sunny nach Schmidt schaut und dann weiter zum Spieß geht. Der sitzt zusammengesunken neben der Straße. Auch er wird verarztet. Nach kurzer Zeit hat er ein Kopfverband und richtet sich mühsam auf. Dann übergibt er sich erstmal und danach setzt er sich zu mir in den Schatten vom Kübel. Wir reden nicht, schauen nur auf das Trümmerfeld vor uns und warten ab. Dann nach 20 Minuten quält sich der Spieß hoch und geht etwas unbeholfen auf die Fahrzeuge zu die gerade angekommen sind. Schützenpanzerwagen und Lkw dazu nach 2 Panzer III. Die holen uns sicher ab. Die Verwundeten werden versorgt und die Toten eingesammelt. Zwei Gefreite kommen um Schmidt zu holen. Ich sage ihnen die sollen ihn liegen lassen. Ich werde das mit dem Spieß zusammen machen. Die schauen mich nur mit ausdruckslosem Gesicht an und zerren an dem Leichnam rum. Ich richte mich auf und schubse die beiden weg. Die sollen verschwinden, schreie ich sie an. Wut steigt in mir auf. Wir machen das, bringe ich noch heraus. Ein Leutnant der Infanterie scheint auf mich aufmerksam geworden zu sein. Er kommt dazu und versucht mich zu beruhigen. Als der eine Gefreite dann wieder an Schmidt zerrt, hakt es bei mir aus. Ich stoße den Leutnant zur Seite. Der fällt rückwärts in den umgekippten Kübelwagen und mit einem Schwinger aus meiner letzten Kraft schlage ich den einen der beiden Soldaten K.O. Der andere bekommt mich zu fassen und ich versuche mich zu wehren. Aber ich kann es nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Aber ich versuche es trotzdem wie ein Verrückter mich loszureißen. Plötzlich ist eine Pistole auf mich gerichtet. Der Leutnant schaut mich an und schreit es reicht weg mit ihm. Ich schreie zurück was das alles noch für einen Sinn hat. Wir sterben hier alle für ein Stück Erde. Sollen die aus Berlin doch kommen und hier kämpfen. Ich soll endlich die Schnauze halten schreit der Leutnant mit der Pistole in der Hand. Noch zwei Soldaten kommen dazu und schleifen mich weg. Ich schreie wie von Sinnen. Ich strample und versuche mich dem Griff zu entwinden. Dann sehe ich noch wie einer sein Gewehr hebt und als der Kolben bei mir einschlägt wird es Nacht. Als ich aufwache bin ich im Krankenrevier. Mein Schädel dröhnt und ich habe Schmerzen im ganzen Körper. Ich richte mich auf und ein Sanitäter kommt durch den Raum auf mich zu. Zehn Mann liegen bestimmt hier drin. Wohl alles leicht Verwundete. Er gibt mir etwas Wasser und fragt mich wie es mir gehen würde. Ich erkläre wo ich Schmerzen habe und er meint ich hätte noch Glück gehabt. Alles nur kleine Wunden und der Arzt hat gleich als sie mich bewusstlos hier reinbrachten alle Splitter rausgeholt. Nichts Wildes aber eine ordentliche Beule am Kopf wäre da auch noch. Ich sage dazu nichts denn der Vorfall wird sicherlich noch ein Nachspiel haben. Ich soll noch zwei Tage liegen und bin Gedanken verloren. Was soll ich nun ohne Panzer machen. Alle sterben um einen herum. Nur eine Frage der Zeit wann es mich erwischt. Was ist mit Peter? Ob der noch in Ordnung ist? Der Arzt kommt zu mir, schaut sich den Heilungsprozess an und wir sprechen über das Erlebte. Seine Stirn ist in Falten und er erklärt mir das ich wohl ordentlich missgebaut hätte. Ja, das weiß ich selber und ich stehe auch dafür gerade. Die zwei Tage sind rum und mir wurde mitgeteilt dass ich mich beim Kompaniechef melden soll. Mein Feldwebel holt mich ab und begleitet mich. Ich bin mir nicht sicher ob er nur mit mir kommt um mich zu bewachen oder sicher zu gehen dass ich auf dem Weg nicht umfalle. Also geht es nicht zum Zugführer gleich ganz nach oben beim Hauptmann muss ich mich melden. Noch etwas wackelig auf den Beinen versuche ich zur Stabsbaracke zu kommen. Der Feldwebel neben mir sagt nichts. Ich frage ihn nach der Offensive und nach unseren Leuten. Er meint nur dass der Hauptmann da sicherlich mehr wissen sollte. Ich sehe viele Fahrzeuge auf den Wegen und Straßen scheinen alle zurückzukommen. Wie die Lage wohl ist? Nun ja ich werde es bald erfahren. Ich melde mich in der Schreibstube und warte auf den Herrn Hauptmann. Dann werde ich herein befohlen und ich versuche eine stramme Meldung zu machen. Der Herr Hauptmann selbst verwundet mit dem Arm in der Schlinge schaut mich grimmig an. Oha das wird kein leichter Tanz. Dann bricht das Donnerwetter los und ich kriege die Messe gelesen wie noch nie in meinem Leben. Du meine Güte ist er aber wütend. Dann hat er sicherlich auch ein paar Takte von oben zu hören bekommen. Scheinbar ging das hoch bis zur Abteilung und die haben dann entsprechend nach unten getreten. Ich höre Sachen wie Militärgefängnis, Strafbataillon, Degradierung, damals die Sache mit dem Beiwagen, Angriff auf einen Offizier. Dann etwas verhaltenere Worte wie Abschüsse, Kommandantenzeit, Fronterfahrung. Wohin das alles wohl führen wird. Ich sage nichts. Alles zu erklären wäre sinnlos. Ich bin müde von all dem und ich glaube mir reicht es langsam. Nun denn ein Soldat entschuldigt sich nicht, er bittet nur um angemessene und gerechte Bestrafung. Dann kommt er zum Schluss seiner Predigt. Ich war vorgesehen für den Feldwebelehrgang. Gestrichen. Ich sollte auf die neuen Panzer geschult werden. Gestrichen. Mein Kommandant hatte mich für das deutsche Kreuz in Gold eingereicht. Gestrichen. Dazu ein weiterer Vermerk in meiner Akte. Na dann, kein Arrest, aber vier Wochen Dienst im Tross. Dem Küchenbullen werde ich zugeteilt. Kartoffelschälen und Ordenanzdienst. Das ist ja eigentlich was für Schützen und Gefreite. Also schlimmer geht es ja nicht. Na wenigstens gibt es da auch immer was zu futtern. Mit starrem Gesichtsausdruck nehme ich meine Strafe hin und nachdem er fertig ist, will er wissen, ob ich noch Fragen hätte. Ja, zwei hätte ich dann doch noch. Er holt tief Luft und will gerade lospoltern, fängt sich aber und lässt mich sprechen. Erstens, wie steht es um die Offensive und zweitens, wie geht es meinem Kommandanten. Er überlegt und ich denke er wählt seine Worte mit Bedacht, aber dann kommt es kurz und knackig. Es geht wieder zurück in die Ausgangsstellung. Hatten nicht sollen sein. Der Russe greift überall an und wir müssen die Angriffsverbände zurücknehmen, damit wir nicht plötzlich im Sack sitzen, erklärt er mir. Danach meint er nur, dass mein Kommandant in Ordnung wäre und noch am Feind steht. Dann schmeißt er mich raus und ich traute aus dem Stabsgebäude in mein Quartier. Diesmal ohne Bewachung. Die Schreibstube gab mir noch mit, dass ich mich heute beim Trost melden soll. Also mache ich mich später auf den Weg. Dort angekommen ist ein Leutnant zuständig, ich melde mich bei ihm. Er nimmt mich zur Kenntnis, sagt nicht viel und schickt mich weiter zum Bereich der improvisierten Küche. Der Küchenbulle, ein alter Oberfeldwebel ist nicht begeistert. Scheinbar kriegt er ab und an mal Pflegefälle, die er mitverarbeitet muss. Entsprechend kühl ist auch der Empfang. Kurze Einweisung und dann bin ich auch schon am Kartoffelschälen. Hier läuft alles zusammen. Verpflegung wird herangeschafft, Essen zubereitet, Marschverpflegung übergeben, Sonderverpflegung verteilt, Besorgungsfahrten gemacht, Tauschgeschäfte und die Versorgung aus dem Land. Das scheint hier gut durchorganisiert zu sein. Auch sind hier alle gut im Futter. Na an der Quelle sollte das ja auch so sein. Schnell füge ich mich ein und halte meinen Mund. Die erste Woche soll ich in der Küche aushelfen und dann weiter als Ordnanz im Offizierscasino. Wenn ich wenigstens meine Uniform und Abzeichen tragen könnte, damit alle sehen, dass ich nicht so ein Etappenfuzzi bin. Aber hier tragen wir den Drilling und nix mit Uniform. Gefällt mir nicht, muss es ja auch nicht. So richtig Anschluss finde ich nicht. Ich bin auch nicht gerade gut gelaunt. Ich verrichte meine Arbeit und hänge meinen Gedanken nach. Auch kommt nichts Gutes von vorn. Verluste, Rückmarsch, Materialprobleme eben was man so hört. Nach vier Tagen meine Verletzungen heilen schon ganz gut. Bekomme ich im Lazarett neue Verbände sind ja eh nur Kratzer. Körperlich geht es wieder besser aber seelisch bin ich noch nicht ganz auf der Höhe. Der Spieß ist auch weg, Genesungsurlaub. Hat wohl auch ordentlich was abbekommen. Hätte gerne mit ihm ein paar Worte gewechselt. Dann am Abend kommen ein paar Panzer zurück. Peter ist auch dabei. Ich flitze zur Werkstatt und hoffe ihn zu fassen zu bekommen. Die Panzer stehen und ich sehe Peter wie er mühsam aus dem Panzer klettert. Er ist auch verwundet und seine Männer helfen ihm vom Fahrzeug. Er gibt Befehle und dann hat er auch etwas Ruhe. Denke er wird noch zum Sunny gehen. Er dreht sich um und dann sieht er mich. Er lächelt aber dann wird der Blick doch ernst und er sagt nichts. Ich gehe auf ihn zu und reiche ihm die Hand. Gut das du heil bist Rudolf meint er zu mir. Schade um unsere Männer und um die Rosinante. Ich lächle schwach. Bist auch nicht mehr ganz. Hatte Ivan noch ein paar Löcher in dich gestanzt scherze ich noch. Er grinst aber dann meint er dass ich später zu seinem Quartier kommen soll. Gesagt getan es ist schon 8 Uhr abends und ich schaue bei Peter vorbei. Frische Verbände und eine Flasche Beschleuniger sind das erste was mir auffällt. Er bittet mich rein und wir setzen uns hin. Wir beide sind erschöpft und still. Dann bricht Peter das Schweigen und möchte von mir hören was wirklich passiert ist. Ich setze gleich an mit Schmidt doch er meint ich solle beim Angriff anfangen. Ich erzähle alles und durchlebe den Tag von neuem. Er lässt mich reden. Nickt nur hier und da. Hört aber zu. Mir hilft es das nochmal zu erzählen. Dann geht es um Schmidt. Um meine Entgleisung. Auch hier kein böses Wort. Nur nicken oder Kopfschütteln. Dann lassen wir es sacken und trinken einen Schnaps. Dann noch einen. Das war nötig. Dann erzählt er mir was passiert war. Vorstoß, Kämpfe mit Russenpanzern, Flankenangriffe, Verluste, Panzergraben und so weiter. Schuss in den Oberarm, ging wohl glatt durch und Splitter im Bein. Nichts Wildes. Wir reden über die Einsätze, über die Kameraden und über alles was so passiert ist. Mir geht es jetzt schon besser. Dann zu meiner Strafe bei der Kartoffelbrigade. Er meint, dass ich noch gut dabei weggekommen bin. Er hatte beim Kompaniechef noch ein gutes Wort für mich eingelegt. Trotzdem muss ich nun mit den Konsequenzen leben. Hätte schlimmer kommen können, aber nun sollte ich das akzeptieren und weitermachen. Was ich mir aber schenken sollte wären defatistische Äußerungen. Das kann einen Kopf und Kragen kosten. Auch hier an der Front. Der Gefreite mit dem Schwinger, das kann alles passieren nach einem Angriff. Aber mit der Führung in Berlin immer schön vorsichtig. Wenn ich wieder zu einer Besatzung gehören würde, wüsste er auch nicht. Wir müssen schauen was die Abteilung jetzt plant. Hier werden wir nichts mehr. Der Russ ist stark und wir müssen uns jetzt verteidigen. Peter wird dann in ein paar Tagen nach Deutschland verlegt. Urlaub und dann noch eine andere Aufgabe. Wohl an die Panzertruppenschule. Ja das ist auch schön. Sowas kann ich mir wohl abschminken. Aber ich sollte nicht zu schwarz sehen. Gute Leute werden immer gebraucht. Man hat ja trotz allem einen guten Ruf in der Abteilung. Wir geben uns die Hand und ich gehe in mein Quartier. Mir geht es schon viel besser. Noch ein paar Wochen Suppe rühren und dann schauen wir mal weiter. Am besten schön in Deckung bleiben und keine Angriffsfläche bieten. Das sollte ich wohl schaffen. Ich schreibe erstmal einen langen Brief an Gudrun. Dann werde ich müde und hoffe dass diese Nacht mal ohne Albträume vergeht. Tagebuch Ostfront. Heeresgruppe Süd. Juli 1943. Hektische Betriebsamkeit überall. Die Division verlegt. Wir haben schon fast Ende Juli und wir haben uns bis in die Ausgangsstellung zurückgezogen. Was man so hört wurden einige Verbände in Eiltransporten aus der Front abgezogen und sollen an die Südfront verbracht werden. Naja, das hat sicherlich alles einen guten Grund. Ich bin auch immer bei der Küchentruppe und konnte mich doch schon nützlich machen. Es ist etwas eintönig aber man kann es aushalten. Der Küchenbulle taut auch langsam auf und macht auch hier und da mal einen Scherz. Hier laufen auch viele Geschäfte unter der Hand ab. Also am Leutnant vorbei. Lanzer bringen hier und da Wild und anderes Getier vorbei und es wird rege getauscht. Eines kann man sagen, die Verpflegung stimmt und das macht einen doch bei der ganzen Misere schon mal sehr froh. Peter ist schon fort. Er kam aber noch bei mir vorbei und hat sich verabschiedet. Er will auf jeden Fall Kontakt halten, denn keiner weiß wohin uns unser Weg führen wird. Eine ganze Abteilung ist nun dem Regiment genommen worden. Alles an schwerem Gerät blieb hier, Räderteile und alles weitere ging zurück. Nun haben wir nur noch eine Abteilung am Feind, aber wenigstens sind wir materiell wieder gut dabei. Die Verlegung ist wieder mal südwärts. Gibt wohl Lücken zu stopfen. Ich habe jetzt noch eine Woche Kartoffeldienst, aber wenigstens musste ich keine Ordnanz spielen. Da konnte ich mich noch drücken bzw. mich hat der Leutnant dafür einfach nicht eingeteilt. Kann gut sein, dass Peter da noch was gedreht hat. Ich meine die kennen sich die beiden. Da war ich aber auch sehr froh, das wäre auch nicht meins gewesen. Alle rennen durch die Gegend und es wird verladen und zum nahegelehnen Bahnhof geschafft was nicht niekt und nagelfest ist. Kettenteile sind in Teilen schon auf den Waggons, der Rest folgt in kurzen Abständen. Ich bin gespannt wo es hingeht, nach Osten wohl eher nicht. Es wird erzählt, dass der Russe sich schnell von den Kämpfen erholt und frische Verbände herangeführt hat. Wenn Schmitt noch da wäre hätte man sicherlich einen guten Überblick. So könnte man nur noch raten was hier los ist. Der Tag kommt und alles an Tross und Verpflegungswagen wird zusammengepackt. Eine Knochenarbeit, aber ich denke dass die Kameraden schon wissen wie gut sie es hier haben. Wenig bis überhaupt kein Feindbeschuss. Die größte Bedrohung hier ist kein Fleisch in der Suppe oder der Speck ist alle. Aber so hat jeder seine Aufgabe und ein Zahnrad greift in das andere. Abends hänge ich meinen Gedanken nach. Sicherlich sind die Kameraden um einen herum, aber wenn man seine Besatzung verliert ist das nicht ganz so einfach. Die anderen Besatzungen verstehen das und nehmen einen schon mal dazu, aber irgendwie ist es doch was anderes. Ich denke an Lothar mit seinem Kopfverband der als Ersatz zu uns kam. Dann unser Frischling der Funker, der noch mit großen Augen die ersten Gefechte mitgemacht hat. Friegel der Ladeschütze, keiner konnte schneller laden als er. Ich habe mir mal eine Liste gemacht, wer mit mir gefahren ist und wann wer gefallen ist. Die Liste ist nicht kurz. Ich hoffe ich kann bald wieder das machen was ich wirklich gut kann. Im Panzer sitzen. Es geht zum Bahnhof und wir verladen die restlichen Fahrzeuge für den Weitertransport. Die gepanzerten Einheiten sind schon auf dem Weg und wir ziehen nach. Zwei Tage sollen wir verlegen und dann wieder ein provisorisches Lager errichten. Angekommen und alles wieder ausladen. Wir hatten Glück und konnten in einer alten Kolchose unterziehen die wir schnell zu einem kleinen Hauptquartier umgestalten konnten. Das muss man ja mal den Tross läuten lassen. Aus nichts zaubern die ja immer irgendwas und wenn die Kessel erstmal unter Feuer sind dann gibt es auch bald was zu spachteln. Die Kampfeinheiten waren mittlerweile schon in den Angriffsbereich aufgestellt und sollten zusammen mit einer SS-Division Richtung Mius vorstoßen. Ich schnappte ein Gespräch zwischen einem Hauptmann und einem Leutnant auf. Was ich heraus hörte machte mir ernsthaft Sorgen. In diesem Angriffsbereich wurde schon ordentlich gekämpft und einige Verbände haben schon einen hohen Blutzoll gezahlt. Und trotzdem sind die nicht durchgekommen. Jetzt werfen die unsere Abteilung hinein und wenn der Ivan auf Zack ist und sich eingegraben hat war dann Prost Mahlzeit. Wir machen im neuen Bereich einige Versorgungs- und Erkundungsfahrten. Ich konnte mich da auch mal einen Tag reinschlawinern und musste nicht in der Küche schuften. Wir sollten zu einer Nachbareinheit und mit dem Lkw Konservendosen abholen. Gesagt getan die Straßen sind schlecht und wir haben Mühe auf den verschlammten Wegen voranzukommen. Ich bin der Beifahrer und Fritz ein Obergefreiter aus dem Ruhrpott, ein witziger Kerl ist der Fahrer. Der hatte immer einen guten Spruch auf der Zunge und qualmt wie ein Schlot. Der ist nun auch schon seit 1941 beim Regiment und auch an der Ostfront. Mich interessierte dann doch warum er noch Obergefreiter war. Ja meinte er das wäre eine lange Geschichte. Er hat wohl zu viel verschoben und das ist dann irgendwann mal aufgeflogen. Da er sich nicht dabei bereichert hat und nur an das Wohl seiner Truppe gedacht hat, gab es kein Kriegsgericht. Aber in dieser Armee wird er wohl kein General mehr, erklärte er mir grinsend. Also ein Organisationstalent der Fritz. Wir schaukeln weiter über die Wege und machen plötzlich einen harten Schwenk in eine Nebenstraße oder eher einen Feldweg. Ich wollte dann doch noch gerne wissen wohin die Reise gehen soll, da es nicht der Weg zum Bahnhof wäre. Noch fix was zu erledigen meinte er. Wir sind doch erst zwei Tage hier, was hat er nun schon wieder vor. Wir kommen bei einer Pioniereinheit vorbei und scheinbar wurde Fritz schon erwartet. Ein paar Kisten werden abgeladen und ein paar andere aufgeladen. Ich schaue mir das in Ruhe an, sage aber erstmal nichts dazu. Dann noch ein paar undefinierbare Flaschen die hin und her gehen und dann Abfahrt. Ich warte ab und dann erzählt er doch endlich, dass wir hier Dosenfleisch gegen Dosenobst getauscht hätten. Dazu noch ein paar Flaschen vom guten Roten für den Herrn Leutnant. So geht es hier wohl andauernd und man bessert die Verpflegung auf. Die einen haben mehr davon und wir haben eben mehr davon. So wird das Klavier gespielt. Na dann, wir kommen am Bahnhof an und werden schnell mit allerhand Zeug beladen. Frisch aus dem Reich und genug für eine ganze Kompanie. Auch hier ist der Fritz am schieben. Ein paar Flaschen hier, ein paar Kisten da, was ein Schlawiner. Aber ich werde einen Teufel tun und mich da mal schön nicht einmischen. Selbst die Kettenhunde am Bahnhof bekommen noch jeder eine Schachtel französische Zigaretten zugesteckt und freuen sich über die kleine Aufmerksamkeit. Ja, solche Leute muss man eben kennen, dann ist das Leben leichter. Auf der Rücktour will er dann von mir wissen, was mir passiert ist. Das wäre ja nicht die Regel, dass einer von vorne mal nach hinten kommt und Kartoffeln schält. Ich reiße nur an, was passiert ist und dann lasse ich es auch gut sein. Er nickt aber gleich und meint er könnte das verstehen. Aber auch er meint, dass wir nicht den Adolf kritisieren sollten. Das eine was man denkt, das andere was man sagt, da gibt es die dollsten Geschichten. Als wir zurück waren ging es Schlag auf Schlag. Die Kompanien waren schon im Angriff und sollten wohl hier die Infanteriedivision unterstützen, die den Vorstoß der Roten Armee Amios aufhalten sollten. Da wir einige Kilometer hinter der HKL standen bekamen wir doch einiges mit. Die Russen hatten einen starken Minengürtel verlegt um Flankenangriffe schon im Anmarsch zu unterbinden. Es gab viele Ausfälle und die Verfügbarkeit der Fahrzeuge wurde immer weniger. Ich hoffte doch noch bald vom Küchendienst wegzukommen, wollte nun aber nicht zu viel einfordern und entschloss mich meine Zeit so gut wie möglich zu nutzen um nicht aufzufallen. Es mögen dann ein paar Tage vergangen sein und wieder wurde umgeplant. Wir hatten uns gerade eingelebt und alles gut durchorganisiert. Da wurden die Kampfkompanien aus der Front gezogen und in Eiltransporten Richtung Norden geschickt. Da brannte es also auch wieder und wir packten wieder alles zusammen um hinterher zu kommen. So war nun auch der Juli zu Ende und wir fühlten uns wie die Feuerwehr, die mit nur noch einer Abteilung ständig zu den Brennpunkten der Front geschickt wurde. Ich hatte noch eine Woche im Tross und dann sollte ich wieder in eine Kompanie gehen. Wir waren mal wieder auf der Straße unterwegs und verlegten Richtung Norden. Ich saß mit Fritz im Lkw und wir rumpelten mit zehn Fahrzeugen durch die russische Einöde. Wir fuhren unseren Panzern hinterher die wohl den schnellen Transport wieder am Feind standen oder sich in einem neuen Bereitstellungsraum sammelten. In der Ferne sahen wir schon Rauchwolken und das sah nach Ärger aus. Wir hatten noch einen SPW dabei der gleich die Spitze übernahm und sich so weit vor uns setzte, dass wir bei einer drohenden Gefahr noch rechtzeitig Deckung finden könnten. Es war keine Bedrohung, eine andere Trosseinheit war in einen Luftangriff geraten. Teilweise noch bespannt haben die den vollen Segen der Russenflieger abbekommen. Wir stoppten und machten uns daran nach den Kameraden zu sehen. Wir zählten 28 Tote und 12 Verwundete, alle Pferde tot oder dem Tode nahe. Wir halfen so gut wir konnten und versuchten auch so viel wie möglich von dem Verpflegungsgut zu retten. Aber die Verwundeten hatten Priorität und so machten wir Platz für die Kameraden. Wir hatten noch 5 oder 6 Stunden Fahrt vor uns. Wir ließen eine kleine Wachgruppe zurück und würden am nächsten Tag den Rest holen. Als wir am nächsten größeren festen Punkt eines Infanterieregiments ankamen, meldeten wir was passiert war. Wir brachten die Verwundenen ins Lazarett und übergaben einen Teil der Verpflegung an die Trossleute dort. Wir wollten auch gleich am nächsten Morgen zurück und die anderen Kameraden nachholen. Ich meldete mich freiwillig und fuhr gleich am Morgen mit Fritz zurück zu der kleinen Wachgruppe. Mit drei leeren LKW und einem SPW machten wir uns auf den Weg und fuhren los. Als wir endlich angekommen waren bot sich uns ein furchtbarer Anblick. Alle Lanzer waren tot, nackt ausgezogen und aufs Schlimmste verstümmelt. Ich hatte schon viel gesehen aber das war unbeschreiblich. Alles an Vorräten, Waffen, Munition und Uniform war weg. Partisanen können das nur gewesen sein. Sicherlich wurden die in der Nacht überrumpelt und hatten keine Möglichkeit sich da heraus zu kämpfen. Ich schwor mir, dass ich mich nie von Partisanen gefangen nehmen lassen würde. Dann lieber eine Kugel in den Kopf als zu Tode gefoltert werden. Auch Fritz fand keine Worte. Uns blieb nichts mehr zu tun als die Toten zu bestatten und uns auf den Rückweg zu machen bevor wir noch unter dem Messer dieser Barbaren unser Ende finden würden. Die Fahrt zum Lager war dann sehr still. Keiner sprach ein Wort. Ich versuchte nicht daran zu denken aber immer wieder kamen einem die Bilder vor Augen. Zurück im Lager war an Schlaf nicht zu denken. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd August 1943 Es ist geschafft. Die Küchenzeit ist rum und ich melde mich beim Hauptmann um wieder in die Kampftruppe zu kommen. Mir geht es ganz gut. In der Heimat sind alle gesund und munter und das ist schon viel wert. Ich hoffe dass ich doch nochmal ein paar Tage Urlaub bekommen kann. Allerdings hängt das ja immer sehr am Kompaniechef und was der Russe so treibt. Die Gesamtlage habe ich noch nicht komplett durchdrungen. Fritz hatte noch ein paar Informationen auf unseren Touren aufgeschnappt und das klingt nicht gut. Wir sind wieder in der Nähe von Tscharkow angekommen und die Kompanien und Züge stehen wieder in schweren Abwehrkämpfen. Also voran scheint es nicht zu gehen. Nachdem wir am Mios Tross, doch recht erfolgreich den Russen in die Schranken weisen konnten, geht es hier nun wieder los. Diese Stadt ist scheinbar der Dreh- und Angelpunkt an der Ostfront. Der Tross ist soweit untergezogen und ich begebe mich zum Stab. Vor der Tür zum provisorischen Büro des Herrn Hauptmann werde ich von einem jungen Leutnant abgefangen. Er ruft mich mit einem Unteroffizier Petersen zu mir mit dem lauten Tonfall wie auf dem Kasernenhof zu sich. Gut, ich bin auf Bewährung und werde mal ein freudiges Gesicht aussetzen, auch wenn der Grünschnabel es noch nicht verdient hat. Ich melde mich vorschriftsmäßig bei ihm. Scheinbar kennt er mich, ich aber habe keine Ahnung wer er ist. Wie auch immer erklärt er mir, dass der Herr Hauptmann mich als Verfügungsmasse sieht und es geht dann dahin wo einer gebraucht wird. Also keine Besatzung, nur ein Springer. Ist mir fast schon egal Hauptsache weg vom Kartoffelschälen. Wobei die Versorgungsfahrten mit Fritz waren schon klasse. Nachdem ich mir meine Anweisung von Leutnant Fersen, so heißt der Gute, abgeholt habe geht es zum Panzer. Die Besatzung ist vor Ort und bekannte Gesichter begrüßen einen. Na das ist doch irgendwie als ob man nach Hause kommt. Ich spreche mit den Kameraden, es werden ein paar Geschichten ausgetauscht und ich klettere in den Panzer. Glück muss man haben, Panzer viel lang, aber ordentlich was durchgemacht hat der Kasten schon. Heidemarie steht auf der Seite, auch schön. Ich kannte mal eine Heidemarie in der Schule, wir haben sie aber immer Heidi gerufen. Also Heidi soll es sein. Ich lasse mich auf den Sitz des Richtschützen rutschen, drehe mich nach links und öffne die Sichtklappe, dann Sichtlook in der Blende, schaue durch die Optik und wie von selbst ruhen meine Hände auf den Stellrädern der Turmsteuerung. Das fühlt sich gut an. Alles wie gewohnt und irgendwie habe ich schon das Kribbeln und es könnte wieder losgehen. Der Ladeschütze Friedl kommt rein geklettert. Wir kennen uns schon aus diversen einsetzen. Wir plaudern ein wenig und dann rückt er mit der Sprache raus. Der Leutnant ist ein Draufgänger und die Besatzung ist der Meinung, dass er schuld am Tod des Richtschützen war. Er zeigt mir im Turm die Stelle wo das Panzerbüchsengeschoss eingedrungen ist. Der Richtschütze bekam den ganzen Segen ab und war sofort tot. Es war bekannt, dass die Saukerle hier mit den langen Flinten lagen. Kein Panzer fuhr weiter, aber Leutnant Fersen wollte weiter drauf los. Nun denn meine ich, Dinge passieren und ist nicht immer der Kommandant schuld. Trotzdem tragisch und wenn es passiert, dann passiert es eben. Dann höre ich meinen Namen und stecke den Kopf aus dem Turm. Der Hauptmann und Kompaniechef steht am Panzer. Er gibt mir noch ein zackiges, halten Sie bloß die Klappe und schießen Sie ein paar Russen ab. Ich will von Ihnen nix mehr hören, bevor der Krieg gewonnen ist. Haben Sie das verstanden? Ich springe im Turm stehend ins Schilgestanden und schmettere ein, jawohl Herr Hauptmann, kann es kaum erwarten, herunter. Ein leichtes Lächeln umspielt den Mund, der so hart aussehenden Hauptmann ist. Ich bin auf Bewährung, das sollte ich nicht verspielen. Morgen geht es los. Ein Stoßkeil gegen einen russischen Durchbruch nahe Burgatschi. Wir schuft und bereiten alles vor, damit wir gleich früh um Viere in den Bereitstellungsraum vorrücken können. Dann hält ein LKW am Panzer. Fritz springt raus und bringt eine kleine Kiste. Marschverpflegung, meint er grinsend. Käse, Zigaretten und Wein, sehr schön. Da ich Fritz ja nun gut kenne, weiß ich auch, dass er doch irgendwie eine Gegenleistung will. Er braucht zwei russische Maschinenpistolen. Das kriegen wir hin. Ich sagte, dass ich mich dann melde, wenn ich sie haben würde. Der Kommandant kommt vorbei und sieht die Kiste, will auch gleich wissen was hier los ist. Ich nehme eine der beiden Flaschen Wein heraus und übergebe sie dem Herrn Leutnant. Na das ist mal was. Er freut sich. Schaut mich dann lange an und natürlich weiß er wie es läuft. Was wollen die Schieber haben, fragt er dann. Ehrlich wie ich bin erkläre ich was gebraucht wird. Gut, meint er zu mir, keine Heldentaten für die Dinger. Wenn wir welche finden, kommen die in die Panzerkiste. Verstanden? Na da schau her, das hätte ich nicht gedacht. Der steife Leutnant ist nicht abgeneigt. Habe ich schon hier und da erlebt. Waffen ja, Plündern von feindlichen Soldaten verboten. Ist so verstanden, das wäre auch meine Marschrichtung. Der Abend verläuft ohne weitere Zwischenfälle. Nur hören wir unentwegt Motorenlärm von der Hauptverbindungsstraße. Hier ist richtig was los. Gut, dass wir noch in der zweiten Reihe stehen und noch eine halbe Nacht zum Ausruhen haben. Um 3 werden wir hochgescheucht und nach lauwarmen Kaffee und ein paar Keksen geht es an die Heidi ran. Der Kommandant kommt von der Einsatzbesprechung zurück und sieht nicht begeistert aus. Lage hat sich geändert. Der Gegner drückt hart auf die Stadt zu. Artillerie und Flieger überall. Die Russen sickern durch die dünnen Abwehrlinien und lauern hinter jedem Busch. Nun aber los, wir rollen wieder und sind auf dem Weg in unseren Bereitstellungsraum hart nordöstlich von Tscharkow. Schon auf dem Weg vermehrte Fliegersichtung, aber auch Luftdeckung durch unsere eigenen Maschinen. Wir kommen gut voran, müssen aber dann doch immer mal wieder abwarten, weil andere Verbände an uns vorbei müssen, um in ihre Angriffsräume zu kommen. Wir haben Infanterie und Flak dabei, damit wir, sollten wir mal abgeschnitten oder umgangen werden, nicht so wehrlos sind. Wir folgen einer Bahnlinie und gegen 10 Uhr kommt der Haltebefehl. In einiger Entfernung können wir schon Rauchsäulen ausmachen. Da ist schon was in Gange. Wir bekommen eine neue Marschrichtung und vereinigen uns mit Panzern einer SS-Division, die wohl auch das gleiche Ziel haben. Wir halten uns in der Flanke des Panzerkeils und rauschen voll in einen Artillerieangriff hinein. Die Erde bebt und wir werden ordentlich durchgeschüttelt. Steine, Erde und Splitter schlagen gegen den Turm. War doch ganz schön beim Tross, denke ich mir. Nun ja, nun geht es ran an den Iwan. Plötzlich ein dumpfer Schlag und nach einigen Metern steht der Panzer. Kette, ruft der Fahrer, na fein. Also abwarten, Meldung ist raus und wenn das Arifeuer abflaut die Kette aufziehen oder mal genau schauen was passiert ist. Nach 20 Minuten wird das Feuer weniger und wir riskieren einen Blick aus dem Panzer. Um uns herum viele Krater, eine Flak auf Halbkette hat es zerschlagen und ein SPW brennt. Die Besatzung hat Schutz in einem Trichter gesucht. Wir klettern raus und mit geübten Handgriffen versuchen wir die Kette zu reparieren. Schweißtreibende Arbeit, aber wenn man weiß wie es geht ist das in einer Stunde gemacht. Der Kommandant ruft mich auf den Turm, gibt mir das Fernglas und zeigt nach Nordosten. Rauchsäulen am Horizont und Gefechtslärm überall. Na da räumen die schon gut auf und wir stehen hier wie die Blödmänner. Der Funker kommt drauf und meldet schwere Panzerangriffe auf die Spitze und die Flanke. Der Stoßkeil zieht sich kämpfend zurück. Na das ist dein Ding, jetzt schnell die Kette rauf, möglicherweise müssen wir hier bald weg. Keine 20 Minuten später ist die Kette wieder drauf und wir wollen weiter. Ein paar Fahrzeuge kommen wie der Teufel auf uns zu. Ein Schützenpanzerwagen hält neben uns, kurze Einweisung wir sollen den Rückzug decken, ein paar Panzer kommen noch. Der Schützenpanzerwagen nimmt auch noch die Infanteristen auf, die Besatzung der Halbkette ist bei uns. Wir machen uns gefechtsklar und stellen uns an eine gute Position von der wir die Feindpanzer unter Beschuss nehmen können. Da kommen unsere zurückgehumpelt. Es fehlen einige Fahrzeuge. Ein Panther stellt sich 100 Meter neben uns auf und will mit uns die zurückflutenden Einheiten decken. Die Kommandanten besprechen sich und legen den Feuerbereich fest. Wir warten. Beschädigte Panzer und SPWs kommen an uns vorbei. Verwundete auf den Fahrzeugen und rußgeschwärzte Gesichter kann man sehen. Jetzt die Klappen zu, der Ivan kommt. Wir sehen die ersten Russenpanzer auf 2000 Meter Entfernung auf uns zu halten. Der Panther feuert schon. Ich warte noch ab. Feuern bei 1400 kommt der Befehl. So wird es gemacht. Panzergrad im Lauf, Verschluss ist zu, ich hänge an der Optik und die Aufregung ist wie weggeblasen. Ich habe das Gefühl alles wird langsamer. Ich habe einen Russenpanzer anvisiert. Der Feuerbefehl kommt und ich drücke die Abfeuerung. Vorbei, verdammt. Etwas tiefer und weiter links meint der Leutnant. Ok also die Genauigkeit ist nicht so gut. Ich richte nach und nach dem zweiten Schuss steht der Feindpanzer. Immer mehr Russenpanzer und auch Panzerwagen tauchen auf. Der Panther schießt schnell und genau. Der hat 3 Russen erledigt. Da muss ich wohl nachlegen aber es klappt nicht so gut. Einen weiteren T34 schieße ich bewegungsunfähig, dann drehen die Brüder erstmal ab. Die versuchen uns zwar zu treffen, scheitern alle an der Entfernung. Aber es kann auch sein, dass die Besatzungen dort drüben noch unerfahren sind. Wir setzen uns ab. Der Panther fährt los und wir folgen. Noch zwei Mann der FLAG sitzen mit uns im Kampfraum, die müssen ja auch irgendwie mit. Wir fahren knapp 10 Kilometer und dann halten wir wieder an. Nochmal 30 Minuten sichern wir aber der Russe kommt nicht. Weiter geht es zurück und wir passieren dann am späten Nachmittag die Stellung einer Packeinheit die hier alles riegelt. Wir melden dem Batteriechef was vorgefallen ist und was momentan niemand mehr hinter uns sei. Noch zwei Kilometer weiter und wir stoppen. Treffen andere unserer Kompanie. Wir haben zwei Panzer verloren, die SS Leute 4. Die sind voll in eine Packstellung hineingefahren und dann einen Flankenangriff der Russen. Das gab ordentlich einen auf dem Deckel. Schlecht aufgeklärt oder einfach die Stoßkraft des Panzerkeils überschätzt. Einen Abschuss nur, ich muss unbedingt zum Einschießen. Ich hoffe wir kommen nochmal zur Werkstatt. Leute an Fersen ist ganz zufrieden, mehr war da nicht rauszuholen. Wir holen uns noch Munition und Betriebsstoff. Die Feldküche hat was Deftiges für uns und wir warten mal ab was der nächste Tag bringen wird. Ich bin wieder da wo ich sein will. Über Sinn und Unsinn will ich momentan nicht nachdenken. Jetzt zählt es erstmal für die Kameraden da zu sein. An mir hängt deren Leben auch irgendwie und ich will niemanden enttäuschen. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd August 1943 Die Tage gehen vorbei und wir haben hier die August Sonne als glühenden Ball am Himmel stehen. Es ist momentan eher ein Spießrutenlauf als eine feste Verteidigung. Gerade wenn wir mal einen festen Punkt erreicht haben, stoßen die Roten wieder vorbei und bedrängen die Einheiten in der Flanke. Dann wieder Gegenstoß um die Linie wieder zurück zu gewinnen. Zwei Tage halten wie der Rückwärtsgang. So geht es schon seit Tagen. Die Optik ist auch noch nicht in Ordnung und trotz des Zielfehlers finde ich nicht immer den richtigen Punkt. Als ob mir die Kanone einen Streich spielen will. Einschießen wäre gut, kommen wir momentan nicht zu und selber justieren können wir nicht. Also erschrecken wir den Ivan momentan nur und zerstören eher weniger. Der Kommandant weiß um den Umstand und macht mir keine Vorwürfe. Noch zwei Tage und wir sollen herausgelöst werden und zur Werkstatt. Mittlerweile ist viel zerschlagen und einige Sachen im Panzer sind nur zusammengeflickt und halten gerade noch so. Selbst das Turmluck vom Chef geht nicht mehr richtig zu und das MG vom Funker kann nur noch nach links geschwenkt werden. Das Schwert ist stumpf, kann man nichts machen. Wir stehen auch deswegen eher auf Sicherung und versuchen mit der Reichweite die Russen zu verscheuchen. Einige T-34 habe ich schon lahm geschossen aber Volltreffer leider nicht. Das kratzt auch ein wenig an meinem Stolz, auch wenn alle das technische Dilemma verstehen. Die anderen Kompanien stehen im harten Ring mit den Russen. Wir merken, dass die Ausfälle immer mehr werden und auch das gute Kameraden im Feuer der feindlichen Panzerkanonen fallen oder schwer verletzt in die Heimat kommen. Endlich werden wir herausgezogen und ich kann mit der Besatzung den Panzer in die Panzerwerkstatt bringen. Die Instandsetzungstruppe hat viel zu tun. Das ewige Verlegen frisst die Fahrzeuge und die Ersatzteillage ist sehr schlecht. Drei Tage soll die Heidi nun überholt werden. Ich spreche mit dem Waffenmeister, das auch unbedingt eingeschossen werden soll. Er versichert mir, dass sie sich darum kümmern werden, ich kann, wenn ich will, später auch dabei sein. Das werde ich auf jeden Fall machen. Es dauert auch nicht lange und Fritz ist im Anmarsch. Wie immer gut gelaunt hat er was zu essen dabei und wir machen uns über die Köstlichkeiten her. Leider konnten wir ihm seine Lieferung nicht besorgen, es hat sich nichts ergeben. Ist schon in Ordnung meint er lachend, wenn es länger dauert kann er damit gut leben. Als wir so da sitzen und unterhalten rauscht es auch schon heran. Rote Flieger sausen über unsere Köpfe hinweg und lassen ihre Bomben zischend zwischen die Hütten fallen. Schon liegen wir im Staub und hoffen, dass die nicht nochmal werfen. Einige Bomben fallen noch etwas weiter abseits und ganz schnell ist der Spuk wieder vorbei. Wir stehen auf und klopfen uns den Staub aus der Uniform. Saubande, nicht mal hier hat man seine Ruhe. Am Abend gibt es endlich Post von zu Hause. Drei Briefe von Gudrun und ich schaue auf die Daten, damit ich diese auch in der richtigen Reihenfolge lesen kann. Sie schreibt viel über die Eltern, Schwiegereltern, Vater ist wohl auf, Schwiegervater auch, über den Betrieb und das er bis an die Grenze ausgelastet ist, aber auch das immer mehr deutsche Städte von Bomben getroffen werden. Nur gut das sie nicht in Hamburg wohnen. In ihrem letzten Brief schreibt mir Gudrun dann, dass ich Vater werde. Ich freue mich und springe auf, laufe zu meinen Kameraden und muss die Neuigkeit gleich erzählen. Wie ein kleiner Junge der zur Kirmes darf springe ich durch die Gegend. Ein Sohn oder eine Tochter, ganz egal, Hauptsache gesund. Zum Jahreswechsel soll es wohl so weit sein. Ich hoffe ich kann dann endlich nach Hause und Frau und Kind in die Arme schließen. Ich habe den Brief gleich mehrere Male gelesen und komme vor Freude nicht in den Schlaf. Am nächsten Morgen muss ich gleich sehen ob ich Fritz finde, die Neuigkeit muss ich doch loswerden. Der ist aber nicht zu finden und ich bin später mit meiner Besatzung unterwegs. Auch hier große Freude über den Nachwuchs, auch der Kommandant freut sich mit mir. Momentan ist diese Besatzung meine Familie, bis ich wieder woanders eingeteilt werde. Aber das ist in Ordnung, wenn die Heidi wieder vernünftig schießt ist das alles kein Problem. Ich werde Vater. Ich bin trotz aller schweren Schläge der letzten Monate überglücklich und hoffe dann doch bald nach Hause zu kommen um meine Gudrun in die Arme zu schließen. Nun ist aber erstmal der ganz normale Soldatenalltag zu erfüllen. Wir helfen wo wir können und verbessern unsere Quartiere oder stehen wacher mit den Grenadieren. Leichte Flugabwehr haben wir nun endlich auch bekommen, also halten sich die roten Vögel fern von uns. Auch habe ich nun endlich den ersten Tiger aus der Nähe gesehen. Zwei von den dicken Brocken waren aus einer Panzerabteilung herausgelöst und standen auf einer Anhöhe in der Nähe und hielten diese dann zwei Tage. Schwerster Beschuss konnte diese Stahlkolosse nicht zerschlagen. Treffer um Treffer müssen die kassiert haben und trotzdem schlug nichts durch. Die sahen später aus als ob die von allen Seiten beschossen worden sind. Leider konnte ich mit den Besatzungen nicht sprechen, die wurden weiter nach hinten dirigiert. Ich konnte aber in Erfahrung bringen, dass wir mit einer Kompanie die Höhe dann übernehmen sollten. Aber nachdem dann einer der Tigerkommandanten unserem Kompaniechef erklärt hat, dass unsere eigenen Panzer dort als Zielscheibe stehen würden und aufgrund der schwachen Panzerung wären unsere Chancen eher schlecht. Daraufhin wurde die Höhe aufgegeben und dem Russen überlassen. Wohl eine weise Entscheidung, ich wäre da nicht gerne raufgefahren. Endlich bekommen wir unseren Panzer wieder und leider war ich beim Einschießen nicht dabei. Aber mir wurde versichert, dass die Optik wieder funktioniert und punktgenau treffen würde. Na dann ist doch wieder alles gut. Unsere Kompanien werden weiterhin aufgefüllt aber wir sind noch in der Ruhestellung. Der Russe drückt zwar hier und da hat aber scheinbar sein Pulver hier auch verschossen. Unsere Linien vor uns sind dünn aber halten. Solange das Wetter mitspielt und wir befahrbare Wege haben passt es auch noch. Aber man merkt wieder die rote Luftwaffe, tauchen tagsüber auf, fliegen tief an, feuern und werfen ein paar Bomben und verschwinden wieder. Nachts dann auch Besuch, die zielen aber nicht so genau. Unsere Luftabwehr hat alle Hände voll zu tun und unser Kommandant erzählt, dass wir weitere Flakzüge angefordert haben, da die eigenen nicht ausreichen. Aber die Flak wird wohl momentan überall gebraucht. Den einen Nachmittag bin ich auf dem Weg zum provisorischen Küchengebäude, als ich wieder die Flakbällen höre. Nicht stehen bleiben oder in den Himmel schauen, nur fix irgendwo Deckung suchen und unsichtbar machen. Ich werfe mich abseits des Weges in einen Splittergraben und warte ab. Zwei SPW kommen schneller Fahrt auf unseren Ort zu, sicherlich wollen die sich hinter dem Flakschutz verstecken. Aber scheinbar haben die Staubwolken die Flieger jetzt erst auf die wildfahrenden Fahrzeuge aufmerksam gemacht. Schon drehen die Schlachtflieger ein und feuern aus allen Rohren. Der erste Wagen wird getroffen, fährt aber weiter. Der zweite hat weniger Glück, zwei Bomben fallen und der SPW wird zerrissen. Ich spüre noch den Luftdruck der Explosion und verkrieche mich mit dem Kopf in der Deckung. Das Flakfeuer erstirbt und die Flugzeugmotoren scheinen genaustend zu verschwinden. Ich wühle mich aus dem Graben und schaue mir das Dilemma an. Der erste Wagen ist noch bis zum ersten Haus gekommen, die Lanzer haben Verwundete und sind schon bei der Versorgung. Ich nehme die Beine in die Hand und laufe auf das qualmende Wrack des Schützenpanzerwagens zu. Schon sehe ich brennende Körper die neben dem Wrack liegen. Da ist nichts mehr zu machen. Um das Fahrzeug herum liegen mehrere Soldaten, teilweise in einem Stück, teilweise auch zerfetzt, ohne Gliedmaßen oder auch einer ohne Kopf. Schnell schaue ich mich um. Muss mich weiter vom Wrack fernhalten da die Hitze einem schon zusetzt. Ich hoffe da ist keine Munition mehr in dem Fahrzeug. Knapp 10 Meter weiter liegt ein Offizier. Der linke Arm ist abgerissen. Er scheint zu atmen. Seine Uniform ist teilweise verbrannt. Ich laufe hin, schaue mich um ob weitere Hilfe kommt. Das dauert wohl noch. Ich drehe den Oberleutnant um, scheint etwas älter zu sein. Das Gesicht Dreck und Blut verschmiert, ein Auge hängt aus der Augenhöhle und daneben ein Loch, wo sicherlich ein Splitter eingedrungen ist. Mit dem gesunden Auge schaut er mich an. Er will was sagen aber das Blut läuft aus dem Mund. Ich lege ihn auf den Rücken und sehe wie das Blut aus dem Armstumpf pulsierend heraus fließt. Ich löse das 2 Down Koppel von seiner Uniform und versuche den Arm damit abzubinden. Als ich den Gürtel anziehe stöhnt er auf und tatsächlich wird der Blutfluss weniger. Im Oberschenkel ist auch ein Loch, blutet nur nicht so stark. Ich denke er hat auch innere Verletzungen. Er schaut mich weiter an und wird immer blasser. Noch immer kein Sunny da. Ich sage zu ihm er soll durchhalten, der Arzt kommt gleich. Er hustet und spuckt Blut. Das Auge scheint noch am Sehnerv zu hängen und bewegt sich bei jeder Bewegung leicht hin und her. Er will was sagen. Ich beruhige ihn. Es geht zu Ende. Ich nehme seine Hand und halte die fest und versuche ihm somit das Gefühl zu geben, dass er nicht alleine ist. Er röchelt noch. Brief. Frieda. Kinder. Mit dem heilen Arm will er was aus der Brusttasche ziehen. Ich helfe ihm und hole einen Brief heraus. Langsam erstirbt die Stimme. Ich muss mein Ohr dicht heranbringen, um noch etwas zu verstehen. Schreiben Sie bitte. Meine letzten Gedanken galten nur meiner Familie. Sie sollen mich nicht vergessen. Die Anspannung der Muskeln lösen sich langsam. Die Seele verlässt den Körper. Das Auge blickt nur starr in den Himmel. Der Glanz verschwindet. Er ist gestorben. Ich lasse ihn langsam auf den Boden gleiten und halte den Brief mit den Blutflecken in Händen. Helfer kommen dazu. Der Sunny fragt mich noch kurz was passiert ist und meint, dass er es im SPW Achtmann getroffen hat. Alle tot, verbrannt, zerrissen, erschlagen, zerschossen. Fliegerangriff eben. Ich helfe dann noch die Flammen zu löschen und berge die toten Kameraden. Verbranntes Fleisch ganz furchtbar. Aber hilft nicht das muss jetzt gemacht werden. Ein Schleppfahrzeug zieht den zerstörten SPW vom Wege runter und wir sind soweit erstmal entlassen. Ich muss mich waschen und trottet zurück zu den Unterkünften. Dann steht ein Infanterieleutnant vor mir und gibt mir zu verstehen, dass er mich sprechen will. Ich nehme Haltung an, er winkt ab. Er war am ersten SPW und wollte nun von mir wissen, was der Sterbende mit mir gesprochen hätte. Die Sanitäter hätten ihm erzählt ich wäre bei dem Mann gewesen. Die beiden waren wohl nicht nur Kameraden sondern auch Freunde. Wir gehen ein Stück abseits und setzen uns auf zwei Steine. Er erzählt mir wer der Tote war, dass die schon lange zusammen waren. Ein tapferer Mann, ein Haudrauf, ein guter Vorgesetzter. Sollte in ein paar Tagen nach Hause, da seine Frau das dritte Kind bekommen hat. Es macht mich traurig und jetzt wird mir bewusst, dass ich ja möglicherweise auch mein Kind nicht sehen könnte, wenn mir sowas passiert. Ich erzähle von seinen letzten Worten und seinem Wunsch. Der Herr Leutnant fragt mich, ob ich den Brief an die Familie schreiben könnte, so wie er es mir aufgetragen hat. Ja natürlich mache ich das. Er würde seinem Kompaniechef melden was passiert ist und auch er selbst sowie der Chef würden schreiben. Da ich seine letzten Worte hörte, nun denn. Ich verspreche es und der Herr Leutnant fragt nach meinem Namen. Ich nenne diesen und er meint, wenn ich mal was benötige sollte ich mich bei ihm melden. Ich gebe ihm die Hand drauf und er geht zurück zu seinen Männern. Wieder ein Tag an der Ostfront. Viele gute Männer gestorben und einem wird immer wieder bewusst. Jeder Tag kann der letzte sein. Tagebuch Ostfront Herosgruppe Süd August 1943 Es geht mehr rückwärts als vorwärts. Immer wieder müssen wir raus und Einbruchstellen abriegeln oder schnell mal einen Gegenstoß durchführen. Unser Panzer hält aber zuverlässig durch, die Optik ist gut eingestellt und man trifft auch hier und da wieder. Aber der Russe wird vorsichtiger. Die Panzerspitzen fahren nicht mehr so einfach drauf los, die haben auch dazugelernt. Flankieren, locken einen in Packstellungen, die Ari ist übermächtig stark und die Flieger unterbinden die Nachschubwege bei Vorstößen. Wir waren schon wieder zweimal mit eingebunden, mussten uns aber aufgrund der schlechten Stellungslage immer wieder kämpfend zurückziehen. Abschüsse sind dabei nicht zu machen. Gegner verschrecken und sprungweise zurück, dann wieder vor. 2-3 Schüsse machen und wieder zurück. Das ist nicht so einfach aber wir kriegen es hin. Scheinbar müssen wir noch weiter zurück und geben viel erobertes Land wieder auf. Jetzt ist der Sommer schon fast vorbei und wenn dann erst wieder die Schlammperiode kommt bleibt alles im Morast stecken. Bis dahin sollten wir uns überlegen ob wir uns in festen Winterstellung verschanzen oder weiterhin auf flexible Verteidigung setzen. Wir haben 2 Tage Ruhe und ich hätte endlich Zeit den Brief an die Frau des gefallenen Oberleutnantes zu schreiben. Trotzdem tue ich mich schwer und werde das nochmal etwas nach hinten schieben. Aber ich habe mir überlegt, dass ich mir beim Zugführer noch ein wenig Hilfe dazu hole. Als ich bei ihm bin hat er schnell Verständnis für meine Lage und gibt mir ein paar wertvolle Hilfen, wie man das am besten schreibt und es somit für die Bliebenen einfacher macht. Ich bin ja so ganz froh, dass ich nicht so wie die Zugführer und Kompaniechefs dauernd Briefe an die Familien schreiben muss. Das ist sicherlich nie leicht und man muss in diesen Briefen auch nicht immer die Wahrheit schreiben. Schon gar nicht wie der Mann zu Tode kam. Das wollen die Angehörigen sicherlich nicht wissen. Er war sofort tot oder die Verwundung war so schwer, dass er nach kurzer Zeit verstarb. Das kann man schon schreiben, aber zerrissen, zerfetzt, verbrannt, enthauptet, zerquetscht, dass wir den Heimat niemanden hören. Wieder ziehen wir uns zurück. Erster Instandsetzungszug, dann der Tross und wir sichern mit einer Kompanie die Absetzbewegung. Viele Langrohre haben wir nicht mehr, also müssen wir wieder ran. Wir sollen vier Stunden in der Stellung bleiben, etwas Infanterie und noch zwei Panzer III bleiben mit uns zurück. Wenn der Russe nachstößt sollen wir uns langsam absetzen. In der rechten Flanke ist noch eine Packeinheit, die aber nur ausgedünnt aufgestellt ist. Nach drei Stunden bleibt es im Vorfeld weiterhin ruhig. Die kommen wohl nicht oder haben auch keine Lust mehr. Dann hören wir doch Kampflärm und der kommt nicht von vorne. Der Kommandant spät zur rechten Flanke und da scheint der Russe anzugreifen. Also haben die Kanausen uns doch irgendwie flankiert und machen die Packbesatzung zur Sau. Wir dirigieren die Panzer III zur Unterstützung in die Richtung und bleiben weiter in unserer Deckung stehen. Wir haben freies Schussfeld auf knapp 1000m. Jetzt hören wir auch Panzermotoren, auch von rechts und dazu Panzerkanonen die losknallen. Ist auch nicht lange und wir kriegen über Funk die Meldung einen Panzer III vernichtet und der andere schon bewegungsunfähig. Eine komplette Besatzung hastet zu uns zurück. Die zweite kämpft noch weiter gegen die anrückenden Russen. Sollen wir jetzt die Position aufgeben und unterstützen? Kommandant entscheidet, dass wir noch 10 Minuten warten und wenn die es nicht schaffen, dann helfen wir. Immer noch kein Gegner voraus. Wir schwenken nach rechts, aber uns kommen schon wild umherlaufende Soldaten der Packeinheiten entgegen. Auch der zweite Panzer brennt und nun wird es haarig. Ein Oberfeld klettert zu uns auf den Turm und meint, dass die Russen mit Sturmgeschützen anrücken, zu stark gepanzert und die Infanterie wurde bereits überrollt. Oha, das kann was werden. Schon schiebt sich das erste Russenfahrzeug durch das Dickicht nach vorne. Ich versuche die Wanne anzuvisieren, die ist aber zu weit unten. Also doch frontal drauf. Feuerbefehl und das Geschoss kratzt am Dach der SU. Nachgeladen und der zweite Schuss sitzt besser. Geht aber auch nicht durch. Trotzdem haben die Russen gemerkt, dass hier noch ein anderer Mitspieler steht. Schon kommt die zweite SU angekrochen, diesmal schiebt sie sich höher heraus. Ich bekomme die Unterwand in die Optik und die glühende Granate frisst sich durch den Russen Stahl und das Sturmgeschütz ist erledigt. Jetzt kommt die Infanterie gestürmt. Das Bug-MG rattert los und die ersten Russen werden durch die Geschosse zurückgeworfen. Wir laden auf Sprenggranaten und versuchen dazwischen zu halten. Die sind schon so nahe, dass die fast am Panzer sind. Kommandant will die Stellung aufgeben. Ohne Begleitinfanterie reißen die uns kaputt. Schon platzen die ersten Handgranaten am Panzer ohne Schaden anzurichten. Wir rollen zurück und versuchen von den Russen wegzukommen. Wo sind unsere Grenadiere? Keine Schützendeckung für uns. Wir rollen weiter rückwärts und halten den Russen nieder. Endlich kommen vereinzelt Granatfefferfeuer auf die Angriffsspitzen. Das hilft schon mal. Nach 500 Metern sind wir wieder alleine. Wir drehen auf Heimatkurs, lassen die Kanone aber am Feind. So rollen wir den Weg entlang den wir gekommen sind und treffen auch bald auf unsere zurückflutenden Kameraden und die beiden Besatzungen. Auch hier zwei Tote und einige leicht Verwundete. Die Panzerleute springen auf unser Heidi und wir fahren weiter. Bald sollte unsere eigene Linie kommen. Hoffentlich stößt der Russe nicht so schnell nach. Endlich kommen wir an eine Sicherung. Infanterie und Pack stehen hier und wir ziehen uns mit unseren Leuten dahinter zurück. Der Kommandant meldet was vorgefallen war und wir bekommen den Befehl hier weiter zu sichern. Die letzten Infanteristen werden in die Verteidigung eingereiht. Unsere Besatzungen ohne Panzer werden zur Kompanie geschickt. Doch auch wieder knapp. Der Kommandant ist nicht begeistert und wir sprechen über die russischen Sturmgeschütze. Ich erkläre wo man die treffen muss und was man sonst noch so machen kann. Ketten runterschießen ist immer gut. Wenn die da nicht mehr in Schussrichtung stehen ist man außer Gefahr. Es wird langsam dunkel und es bleibt vorerst ruhig. Wir wechseln uns im Kampfraum ab und so bekommt jeder noch ein paar Stunden Schlaf unterm Panzer. Früh um 4 geht der Tanz schon wieder los. Störfeuer wird vom Ivan in unsere Linie geschossen. Also nur leichte Nachtmusik. Da sind noch keine dicken Dinger dabei. Aber mit Schlafen ist es dann auch vorbei. Drei Stunden schlagen die Geschosse um uns herum ein. Entweder geht es gleich richtig los oder der Russe greift gar nicht mehr an. Wenigstens kriegen wir noch etwas Kaffee und Kekse zum Frühstück. Dann sitzen wir schon wieder auf und sollen an die linke Flanke verlegen. Kraftstoff wird langsam weniger, Munition für die Kanone ist noch genug da, MG Munition könnte auch schon knapp werden. Weiter geht es. Wir rasseln los und fädeln uns in eine Fahrzeugkolonne ein die auf dem Weg zur Unterstützung der Flanke ist. Die Straße ist nicht gut zu sehen und wir haben Mühe nicht in einen Graben zu fahren. Wenig Licht hier und es wird erst langsam heller. Vor uns hat sich eine Zugmaschine am Straßenrand festgefahren. Wir halten an und wollen helfen. Schon springen die vier Kameraden von der Zugmaschine runter und wir setzen uns vor den 7 Tonner um den wieder auf die Straße zu bringen. Wir müssen aber die Scheinwerfer anmachen sonst kriegen wir das nicht hin. Die Stahlseile spannen sich und wir ziehen an. Langsam kommt die Zugmaschine wieder auf die Straße und die Ketten greifen. Noch 20 Meter und wir halten an. Die Stahlseile werden gelöst und da passiert es. Die Russen haben uns wohl gesehen und nun liegt Granatwerferfeuer auf dem Weg. Ich bin auf der Straße und springe flink in den Graben. Da schlägt es auch schon ein und zwei Mann werden umgeworfen. Noch weitere Geschosse landen zwischen uns aber nicht sehr nahe. Schnell ist der Spuk vorbei. Die Männer wälzen sich mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden. Wir flitzen hin und helfen. Splitterverletzung an Armen und Beinen. Glück gehabt. Auch unser Kommandant hat ein paar Splitter abbekommen aber er winkt ab, nur in die Schulter, hat nur ein wenig gezwickt meint er noch. Lässt sich dann aber doch verbinden. Ich gehe zur Zugmaschine, der Fahrer sitzt noch in seinem Sitz als ob er eingeschlafen ist. Ich schaue genau hin, der ist tot. Ein großes Loch im Helm zeigt mir, dass ein großer Splitter von unten unter dem Kinn eingedrungen sein muss und dann durch den Kopf oben aus dem Helm wieder heraus ist. Da ist nichts mehr zu helfen. Schweinerei mal wieder. Wir schicken die Zugmaschine zurück und legen den Toten und die Verwundeten hinten auf den 7-Tonner. Mit schmerzverzerrtem Gesicht sitzt der Kommandant wieder im Panzer, aber er lächelt dann und meint er hat sich nur verbinden lassen damit die Uniform nicht das ganze Blut aufsaugt. Ja das sind schon Probleme. Wer will sich schon die Uniform einsauen. Wir fahren weiter und kommen zur Flanke. Hier ist aber nichts weiter los, keine Russen, keine Panzer, nichts. So bleiben wir in einer guten Position stehen und warten ab ob wir irgendwo helfen können. Nach 12 Stunden ist noch immer nichts passiert und wir verlegen zurück. Unterwegs sehen wir noch ein paar Jäger am Himmel, die versuchen ein paar Ilyushins abzuschießen. Aber die Russenvögel sind wirklich zähe Biester und da muss man schon eine Menge Munition hinein bekommen damit die abschmieren. Aber dann fallen doch zwei brennend vom Himmel und ich freue mich denn dann lassen die uns auch in Ruhe. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd August 1943 Die Flankenverteidigung ist momentan das was uns hier noch am Leben hält oder davor bewahrt abgeschnitten zu werden. Der Iwan scheint überall zu sein und wenn man einen Einbruchsraum abgeregelt hat kommt gleich wieder ein neuer Bereich den es zu verteidigen gibt. Wir standen nun Tage im Gefecht. Heidi hat gut eingesteckt aber uns auch vor Schlimmerem bewahrt. Munition wurde spärlich nachversorgt aber wir sind alle mit den Kräften am Ende. Der Zugführer hat ein Einsehen und entlässt uns endlich in den rückwärtigen Bereich. Wir haben gut mitgehalten und immer unser Ziel erreicht. Panzerabschüsse waren trotzdem nicht zu verzeichnen. Also die Kanone trifft aber es geht mit dem Teufel zu und immer fehlt ein Millimeter für einen Volltreffer. Ein paar Pack und LKW haben wir erwischt aber nur einen BT-7 lahm geschossen und zwei T-34 getroffen aber nicht zerstört. Nun gut zurück zur Werkstatt und in die Quartiere. Wir sind weiter ins Hinterland gezogen und haben andere Unterkünfte übernommen. Scheinbar stabilisiert sich die Front hier und wir hoffen dass es auch so bleiben mag. Ich bin todmüde. Die letzten Tage waren wirklich anstrengend. Immer wieder Beschuss durch Mörser, Stalinorgeln oder Artillerie. Dann wieder Flieger. Ab zum nächsten Einbruchsraum. Die Infanterie ruft um Hilfe schnell dahin. Es war nicht so leicht aber wir haben unser Bestes getan. Unser Kommandant ist immer noch leicht verletzt. Hat noch immer die Splitter in der Schulter. Auch nicht schlimm aber schmerzhaft. Ich unterhalte mich noch mit den Männern der Instandsetzung und auch hier kann man sehen dass die kaum zur Ruhe kommen. Andauernd kommen Schadpanzer rein oder die müssen vor und liegen gebliebene Fahrzeuge abschleppen. Auch das kostet Leben. Gute Männer sind bei solchen Bergungen auch schon schwer getroffen worden. Gerade wenn die Panzer noch nicht komplett gesichert sind kann so ein Russentrupp schnell mal einen Ausfall machen und die Männer kalt erwischen. Ich kümmere mich um die Quartiere und versuche es so gemütlich wie möglich zu machen. Zeit für ein paar Zeilen nach Hause und möglicherweise kann ich auch mal wieder ein paar Zeichnungen machen. Nach einer ruhigen Nacht und mit neuen Kräften geht es in den nächsten Tag. Schon flattert ein Auftrag rein und wir sollen mit zwei Mann unterstützen. Wir sollen mit den Aufklärern mitfahren und uns einen Bereich anschauen in dem die Abteilung einen groß angelegten Entlastungsangriff plant. Die Flieger konnten zwar Informationen liefern aber Bodenbeschaffenheit und Deckungsmöglichkeiten sind aus der Luft nicht zu erkennen. Also wir mit dabei in einem Kübel mit zwei Spähwagen geht es durch die russische Landschaft. Immer noch staubig und warm aber das kann sich auch bald ändern. Wir passieren die Sicherung. Es wird noch kurz über die Feindbewegung gesprochen aber hier scheint alles ruhig zu sein. Dann geht es in schneidiger Fahrt ins Niemandsland. Nach 3km halten wir und schauen uns das Gelände an. Viele Boden senken, einige kleine Gräben die aber zu überwinden sind. Ein Höhenzug voraus der aber auch mit Pack gespickt sein könnte. Kein Sumpf oder Morast hier alles soweit in Ordnung. Unser Fahrer macht sich ein paar Notizen und der PSW fährt noch in die Richtung des Höhenkammes ca. 3km entfernt um auch dort nochmal zu sondieren. Wir schauen hinterher und dann verschwindet er in der Vegetation. Wir bleiben zurück und warten ab. Wir sind wachsam denn das hier alles ist Russenland. Für mich sind die Aufklärer zu weit vorgestoßen aber gut das ist nicht in meiner Verantwortung. Der Herr Oberfeld dort wird schon wissen was er macht. Dann als hätte ich es geahnt kommt über Funk Feindkontakt voraus, Fahrzeug getroffen und bewegungsunfähig. Wir springen auf und machen uns auf den Weg. Wir hören den Feuerkampf aber keine schweren Waffen im Gefechtslärm. Das ist merkwürdig. Aber nun versuchen wir schnell den Weg zu überbrücken um den Kameraden zu helfen. Wir müssen uns schon etwas zurückhalten denn der Kübel hat nur Blech da geht alles durch. In der Staubfolge vom Achterrad versuchen wir dran zu bleiben. Auf dem Höhenzug angekommen sehen wir auch schnell unsere Kameraden. Der Wagen liegt auf der Seite, Reifen zerschossen und scheinbar dann verunglückt. So konnte die Hauptwaffe nicht eingesetzt werden. Wir kommen bis zu den Kameraden und halten uns etwas weiter hinter dem Fahrzeug. Wir springen raus und flitzen rüber. Zwei Verletzte und der Oberfeldwebel ist noch dabei den Russentrupp in Deckung zu zwingen. Wohl auch eine Aufklärungseinheit ohne schwere Waffen. Nun steigt die 2cm des zweiten Wagens mit ein. Den Angreifern wird schnell klar, dass die hier nicht weiter kommen. Aber wenn wir hier zu lange bleiben schickt der Russe sicher Unterstützung und macht uns dann die Hölle heiß. Wir haben die Verletzten versorgt, ein gebrochenes Bein und eine Schusswunde im Oberkörper aber nichts Tödliches. Wir laden die Verletzten in den Kübel. Der Oberfeldwebel des verunglückten Fahrzeugs gibt Anweisung den Schadwagen wieder auf die Räder zu stellen. Schnell wie der Wind werden Stahlseile verspannt, mit einem starken Ruck kommt der Wagen wieder auf die Räder. Motor wird gestartet, der läuft noch. Ersatzrad wird herangeschafft und ehe man sich versieht ist das Fahrzeug aufgebockt und das Rad wird gewechselt. Junge Junge die sind aber fix. Schon steht der Wagen wieder auf den Rädern. Ich werde an die 2cm gesetzt, da der Kamerad aus dem Spähfahrzeug verletzt ist. Und schon geht es wieder los. Keinen Moment zu spät, denn wir hören schon Motoren brummen. Die Russen haben Flieger geschickt und wollen uns nun zur Sau machen. Die kommen tief runter und ich schicke gleich ein paar Grüße in die Richtung. Zwar nichts getroffen aber nun wissen die, dass wir auch in der Lage sind uns zu wehren. Wir machen uns auf den Weg und hoffen, dass diese Stechmücken uns jetzt in Ruhe lassen. Wieder fliegen die Burschen an. Ich versuche Sperrfeuer zu schießen und so verhindere ich, dass die uns von hinten anfliegen können. Die Maschinen drehen ab und wir kommen ohne weiteren Kratzer davon. Später können wir durch die eigenen Linien schlüpfen und auch etwas Fahrt herausnehmen. Ich bin voller Staub und habe das Gefühl mein Mund ist so trocken wie die Wüste. Zurück bei den Quartieren geben wir die Verwundeten ab und besprechen den Einsatz mit dem Oberleutnant der Aufklärer. Die Erkenntnisse sind wichtig für unsere Panzerleute und wir geben es weiter um bei der Planung zu unterstützen. Wir werden noch mit zu den Aufklärern genommen und bekommen am Abend etwas von dem zugelaufenen Schwein ab. Später ist dann auch der Tag rum und ich mache mich auf zu den Quartieren. Schnell noch beim Kommandanten zurückmelden, der scheint noch wach zu sein. Er ist nicht in seinem Quartier und ich kriege raus, dass die Splitter die er abbekommen hat doch irgendwie schlimmer waren als es aussah. Also nochmal zum Lazaretten, schauen wie es steht. Die Sannis wollen mich jetzt nicht mehr zu ihm lassen, aber ich bestehe darauf. Ich komme zu ihm, er ist schweißgebadet und sieht gar nicht gut aus. Trotz allem begrüßt er mich und ich soll gleich erzählen wie es war. Er hört zu, stellt keine Fragen und nickt nur leicht, hier und da auch ein Lächeln. Dann kommt noch ein guter Mann und ich sollte mein Fell nicht immer so leicht zu Markte tragen. Ich frage wie es bei ihm steht und er meint nur das wäre irgendeine Entzündung oder ähnliches. Scheinbar ist er wohl die nächsten Tage ans Bett gefesselt und kann nicht eingesetzt werden. Na schöner Mist. Ich denke in zwei Tagen geht es wieder los und wir kommen sicher wieder einen Ersatzkommandanten. Ich versichere ihm mich um alles soweit zu kümmern und weiterhin Bericht zu erstatten wie es steht. Am nächsten Tage hole ich die Besatzung zusammen und erkläre was los ist. Die Kameraden sind nicht begeistert und ich merke, dass die Männer keine Lust auf irgendwelche Frischlinge haben, die den Panzer wegen Geltungsdrang in den Untergang steuern. Morgen ist Einsatzbesprechung und einer der Langrohrkommandanten gibt mir Bescheid ich solle auch dazu kommen. Na da schau her. Lagebesprechung hatte ich lange nicht mehr. Sicher wollen die meine Meinung nochmal zur Aufklärung haben. Ich studiere die alten Karten die wir noch haben und warte ab was passiert. Die Lagebesprechung ist früh um 7 Uhr. Der Rest an Zugführern und Kommandanten meiner Kompanie ist versammelt und warten auf den Kompaniechef. Er betritt den Raum und alles verstummt. Er sagt nichts. Die Stille ist schier unerträglich. Dann kommt nur ein. Der Sack ist bald zu meine Herren. Gespannt lauschen wir dann den Ausführungen des Chefs zum nächsten Angriffsschwerpunkt. Ich halte mich weiter hinten und bleibe unsichtbar. Ich will nicht auffallen. Dann höre ich plötzlich meinen Namen und soll zum Kartentisch kommen. Wieder Totenstille. Der Chef will noch was zum Geländewissen und das aus dem Mund eines Panzermannes. Ich erkläre die Begebenheiten so gut es geht und meine Ausführungen scheinen der Planung zu helfen. Angriffssektoren werden verteilt, Zeitpläne besprochen und hier soll es jetzt mal wieder nach vorne gehen. Quasi treiben wir einen Keil in eine Panzerzange der Russen. Deine Einkesseln und vernichten. Wenn denn unsere Kräfte ausreichen. So wie 1942. Da hat es auch immer funktioniert. Na dann. Die Besprechung ist beendet. Mein Zugführer hält mich an und meint, ich soll noch warten. Der Raum leert sich und der Hauptmann kommt auf mich zu. Er redet ja nie sehr viel, aber sein durchdringender Blick scheint einem bis in die Seele zu schauen. Dann bekomme ich kurz und knapp gesagt, dass ich den Panzer als Kommandant für den Angriff übernehmen soll. Er hat eben keine erfahrenen Leute mehr und die Verwundeten kann er nicht einsetzen. Keinen Blödsinn machen und daran denken immer die Klappe halten. Mit den Worten schmeißt er mich aus dem Belagezimmer und ich stiefel los um meine Besatzung zu informieren. Ein Richtschützen bekommen wir noch, Obergefreiter Pfeiler, auch ein guter Mann. Den schnappe ich mir gleich und wir sprechen uns ab. Der weiß auch wie es geht und ich denke für den Einsatz wird das schon klappen. Wir bereiten uns vor wie immer. Doch etwas nervös setze ich mich schon mal auf den Kommandantensitz. Ich prüfe die Sichtblöcke und versuche noch zu verinnerlichen an was ich alles denken muss. Jetzt hängt es wirklich an mir und die Männer erwarten die richtige Entscheidung in jeder Lage. Wir sind gut vorbereitet und ich glaube wir werden das schon schaffen. Wir gehen nochmal alles durch und dann verabrede ich mich mit den Männern am nächsten Morgen um 4 Uhr am Panzer. Die Nacht war unruhig und ich werde schon früh wach. Schon zeitig mache ich mich auf den Weg und noch im Halbdunkeln bin ich am Panzer. Geschäftiges Treiben überall. Meine Männer sind da, wir besprechen noch dies und das, ein paar Witze werden gemacht. Das lockert die Anspannung und hilft sich auf das Kommende vorzubereiten. Ein paar andere Kommandanten kommen noch vorbei und wünschen mir Glück. Auch das hilft. Die vertrauen mir und wissen wen sie als Rückendeckung haben. Die Motoren werden angeworfen und 20 Minuten später gebe ich den Befehl zum Anfahren. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Süd August 1943 Liebe Frau Pretzlau, ich habe leider die traurige Mitteilung für Sie, dass Ihr Mann am 22. August 1943 den Heldentot gefunden hat. Sicherlich haben Sie diese schmerzliche Nachricht schon erhalten und ich entschuldige mich dafür, dass es so lange gedauert hat bis Sie meinen Brief erhalten haben. Vorab möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Unteroffizier Rudolf Petersen und ich gehöre zu einem Panzerregiment an der Ostfront. Ich war bei ihrem Garten als er sein Leben fürs Vaterland gab. Leider erkannte ich ihren Mann nicht persönlich aber ich hatte das Privileg ihn bei seinem letzten Gang zu unserem Herrgott zur Seite zu stehen. Ich bin mir nicht sicher ob ihm mitgeteilt wurde wie ihr Mann zu Tode kam aber ich möchte es gerne aus meinem Erleben schildern. An diesem verhängnisvollen Tag waren wir an einer kleinen Stadt in der Nähe der Front untergebracht. Ich war auf dem Weg zu einem anderen Bereich als es einen Luftangriff von Russischen Schlachtflugzeugen gab. Zwei Schützenpanzerwagen wurden beschossen und im zweiten Wagen befand sich ihr Mann. Der durch den Bombentreffer gestoppte Panzerspehwagen riss sieben weitere Soldaten in den Tod. Ihr Mann war dann abseits der Straße schwer verletzt von mir aufgefunden worden. Ich versuchte mit meinen bescheidenen Möglichkeiten seine schweren Verletzungen zu verbinden und den Blutverlust zu stoppen aber es war mir nicht mehr möglich ihn zu retten. In meinen Armen sprach er die letzten Worte die ich ihn hiermit übermitteln möchte. Seine letzten Worte galten ihnen und ihren Kindern und dass sie ihn nicht vergessen sollen. Mit diesen Worten schied er aus dem Leben. Ich kann ihnen versichern, dass er keine Schmerzen litt und seinem Schöpfer ohne Sünde entgegentrat. Ein tapferer, hochdekorierter Soldat, Ehemann und Vater gab sein Leben für eine höhere Sache. Mir wurde zugetragen, dass er ein guter Anführer war, der stets sein Ohr für seine Männer hatte, hart aber fair die Truppe führte und von seinen Soldaten nichts verlangte, was er nicht auch selber getan hätte. Liebe Frau Pretzlau, meine Gedanken sind bei Ihnen und bei Ihren Kindern. Mögen diese Zeilen Ihnen in diesen schweren Stunden helfen, die Trauer zu überwinden. Ich bin mir sicher, dass Ihr Mann sein Leben mit der Gewissheit gab, unser Vaterland vor der roten Flut zu schützen. Ich drücke hiermit meinen Beileid aus und bin glücklich und stolz, dass ich als Kamerad Ihren Mann in der letzten Stunde zur Seite stehen durfte. Mit den besten Wünschen für die Zukunft in dieser schmerzvollen Zeit verbleibe ich in aufrichtiger Teilnahme, Ihr Rudolf Pedersen Ich bekomme den Brief nicht mehr aus dem Kopf. Fünf oder sechs Mal habe ich den neuen geschrieben, bis ich die richtigen Zeilen fand. Es tut mir immer noch weh, wenn ich daran denke, was die arme Frau zu Hause erleiden muss, wenn sie erfährt, dass ihr Mann gefallen ist. Sicherlich hat sie schon die Nachricht bekommen, trotzdem macht es die Sache ja nicht besser. Ich lehne den Kopf an den Turm und denke nach. Der Panzer rumpelt in den Bereitstellungsraum. Staub wirbelt durch die Luft, im Bordfunk knarrte Kopfhörer und ich versuche mich auf das kommende zu konzentrieren. Immer wieder schweifen meine Gedanken ab. Ich denke an Gudrun und meine Familie. Wenn ich falle, wer schreibt dann einen Brief an meine Frau. Alle die ich gut kannte oder die mich gut kennen gelernt haben sind nicht mehr hier. Tod, verwundet oder in der Heimat. Sicherlich wird es einen Brief vom Zugführer oder vom Kompaniechef geben, aber von einem wirklichen Kameraden an meiner Seite eher nicht. Sei es drum, ich muss mich konzentrieren. Meine Besatzung erwartet von mir, dass ich den Panzer so führe, wie es für alle am besten ist. Ich muss Entscheidungen treffen, wahrscheinlich auch harte Entscheidungen, die auch dem Richtschützen oder dem Fahrer nicht gefallen. Es hilft aber nichts, ich muss die Situation analysieren und das Beste daraus machen. So wie ich das verstanden habe, werden wir im linken Bereich weiter hinten eingesetzt, um den Vorstoß abzusichern. Wir haben knapp 1 Stunde Anfahrt bis in den Bereitstellungsraum und werden dort eingewiesen. Ich gehe nochmal alles im Geiste durch. Habe ich an alles gedacht oder habe ich etwas vergessen? Nein sollte alles passen. Wir müssen zweimal stoppen bevor wir endlich ankommen. Wir werden umdirigiert und nähern uns dann einem kleinen Waldstück das wir durchfahren sollen. Dahinter ist schon die dünne Schützenlinie der eigenen Front. Unterwegs treffen wir verwundete Soldaten die nach hinten gebracht werden. Hier war wohl schon einiges los. Wir fahren bis zu einem improvisierten Gefechtsstand und dort steht ein Leutnant der Grenadiere. Leicht verwundet, verdreckt und abgekämpft, als ob er schon Tage aus dem Loch nicht herausgekommen ist. Wir halten an und ich rufe vom Turm runter wie die Lage ist. Er kommt näher ran um den Motorenlärm zu übertönen. Er ruft mir zu das in 3000 Meter Entfernung der Iwan steht. Wahrscheinlich Panzer und Pack. Und die haben hier auch schon ordentlich Verluste durch Panzerbüchsenschützen gehabt. Na die haben den ordentlich zugesetzt. Auf großer Entfernung wurden hier die Grenadiere aus den Stellung geschossen. Und so Leute einfach aus dem Wald herausschießen gefällt mir gar nicht. Panzerbüchsenschützen können eine wirkliche Plage werden während die einen flankieren und dann durch die dünne Seitenpanzerungen schießen. Die Felder vor uns sind hoch bewachsen. Da können die Banausen auch drin liegen. Also müssen wir entweder mit den Grenadierern vorgehen oder sehr vorsichtig sein. Auch hier wieder das alte Spiel. Rechts von uns der Panzerkeil und wir als Flankendeckung aus der zweiten Reihe. Eine halbe Stunde später geht es los. Wir hören Panzerkanonen, Panzerabwehrkanonen, Artillerie und MG Feuer kommt noch dazu. Hier soll die Front durchbrochen werden um eine weitere Umfassung der eigenen Truppen zu verhindern. Der Russe drückt. Wir rollen an und ich versuche meinen Kopf nicht aus dem Turm zu stecken. Es bleibt mir aber bei der Vegetation nichts anderes übrig um einen Überblick zu erhalten. Schon rauscht die erste Lage Mörserfeuer ran und die mit uns vorgehenden Grenadiere springen in Deckung. Einzelne Splitter surren am Look vorbei. Keine Bedrohung. Das Feuer ist verstreut und noch keine wirkliche Wirkung. Die haben scheinbar keinen vorgeschobenen Beobachter. Gut für uns. So geht es weiter voran. Wir schaffen es bis zur nächsten Baumreihe ohne Beschuss. Langsam schieben wir uns durch den nicht sehr dichten Wald und wir wissen aber laut Karte, dass vor uns wieder eine freie Fläche kommen wird. Die Grenadiere versuchen Schritt zu halten und ich weise den Fahrer an er solle langsamer rollen. Wir haben noch zwei Panzer III und ein Panzer IV kurz mit dabei. Mit uns zusammen sollen sie den Bereich sichern. Jetzt liegt leichtes Artilleriefeuer auf den Angriffsspitzen des Stoßkeils und ich höre über Funk, dass der Angriffsschwung schon langsam verschwindet. Der Gegner hat sich eingegraben und mit versteckten Packstellungen werden unsere Spitzenpanzer ausgeschaltet. Da wir eigentlich die Flanke decken sollen, hier aber wenig zu tun kriegen, kommt der Befehl nach rechts einzudrehen und diese Packfront seitlich aufzurollen. Ich gebe Befehle an meine Besatzung und wir rollen in einen Hohlweg der uns weiterhin Deckung gibt. Ein Schützenpanzerwagen fährt noch 100m weiter vor und sichert nach Osten. Ein Packgespann kommt dazu und protzt ab. Hier ist erstmal alles in Ordnung. Wir rollen weiter durch den Hohlweg. Die Vegetation ist schon wirklich stark und ich lehne mich weit aus dem Turm heraus um etwas zu erkennen. Mein Richtschütze ruft mir zu, ich soll die verdammte Rübe einziehen. Komisch, das kenne ich doch und ich weiß es eigentlich auch besser. Ich brülle zurück, dass ich sonst verdammt noch mal nichts sehen kann. Die Antwort ist, dass ich ohne Kopf verdammt noch mal überhaupt nichts mehr sehen würde. Ja, recht hat er. Ich rutsche zurück und versuche nur immer mal wieder kurz den Kopf über den Rand zu schieben. Der Gefechtslimm wird lauter. Ich sehe brennende Panzer halb rechts von uns, Abschüsse von Russenpacks und immer wieder Artilleriesalven die über uns hinweg rauschen. Donnerwetter, hier ist richtig was los. Unsere Angriffsgruppe wird aufgefächert, der Stumme bleibt im Hohlweg, ich schwenke leicht nach Osten ab und die beiden Panzer III sollen den Packriegel knacken. Schon geht der Reigen los. Die Panzerkanonen der beiden Panzer III haben Ziele aufgefasst und feuern. Die Russen werden überrascht, schon platzt die erste Stellung in einem Feuerblitz auseinander und wir setzen nach. Im Hohlweg lagen wohl auch ein paar Infanteriezüge, die vom Stummel jetzt in Fetzen geschossen werden. Ich rolle an der Oberseite weiter. Gefährlich viel Fläche bieten wir dem Ivan aber scheinbar hat er in der zweiten Reihe keine Pack mehr. Aber T-34 Türme sehe ich jetzt schon. Getarnt aber nicht gut genug. Der Richtschütze bekommt das Ziel, ich rufe noch er soll tiefer zielen. Schon bellt die 7,5 und nur Sekunden später sehe ich durch das Panzerglas den T-34 entflammen. Nun haben die uns auch erkannt und eröffnen das Feuer. Drei, vier, nein fünf Russenpanzer kommen aus dem Unterholz heraus. Wir haben angehalten und stehen schräg zu den Brüdern. Panzer ganz links rufe ich in den Funk. Der Turm dreht noch etwas nach und schon schießt das rotglühende Geschoss totbringend auf den feindlichen Panzerturm zu. Treffer, der Turm wird abgerissen und der Panzer ist ausgeschaltet. Mann oh Mann der kann was der Junge. Jetzt der ganz rechte rufe ich noch, aber bevor wir anrichten können wird auch der Panzer getroffen. Unsere Panzerspitzen haben uns erkannt und können nun weiter vorstoßen. Die anderen beiden Russenpanzer drehen ab und verschwinden im Qualm der brennenden Kameradenpanzer. Wir halten und schon schlägt es ein. Katyushas ruft der Funker und ich kriege gerade noch die Luke zu. Ein Inferno um uns herum bricht los und wir werden ordentlich durchgeschüttelt. Die Russen wissen schon, dass die eigenen Truppen hier liegen. Das scheint ihn nicht zu interessieren. Da bleibt nix heil. Nach ein paar Minuten ist der Spuk vorbei. Die Ohren klingeln und ich lasse mir Schäden melden. Alles in Ordnung, wir können weiter. Ich lasse die Luke lieber noch zu. Keine Ziele mehr meldet der Richtschütze. Ich lasse vorziehen bis zu einem Erdwall. Unsere Panzerspitze rollt weiter, wir haben unseren Bereich gesichert. Der Panzer IV kurz meldet, dass er ordentlich aufgeräumt hat und mindestens ein halbes Bataillon Schützen verjagt oder vernichtet hat. Die beiden Panzer 3 melden 4 Packs vernichtet und 2 erbeutet. Nun gut, keine Verluste bei uns. Wir machen die Luke auf und schauen uns den Panzer an. Ganz schöne Schrammen hat die gute Heidi abbekommen, aber es ist ein tapferes Mädel mit einer dicken Haut. Wir bekommen Befehl hier zu warten und wir ziehen die Kampfwagen in einer Sicherungslinie zusammen. Infanterie soll nachrücken und sichern. Der Fahrer meldet sich ab zum Pinkeln und geht ein paar Meter weg. Ich rauche mit dem Richtschützen zusammen und plötzlich höre ich einen Schrei. Schnell flitze ich los und renne in die Richtung wo unser Fahrer austreten wollte. Ich sehe hinter einem Busch zwei Russen. Der eine kämpft mit dem Fahrer und der andere scheint verwundet. Ich ziehe meine Pistole und versuche den Russen der auf dem Fahrer sitzt anzuvisieren. Klappt nicht, also ein schneller Tritt in die Seite und er fliegt in den Dreck. Der verwundete Russe rafft sich auf und will mich mit seinem Messer angreifen. Ich fackel nicht lange und schieße. Das Geschoss dringt in das rechte Auge und reißt einen großen Teil des Hinterkopfes weg. Was für eine Sauerei. Unser Fahrer kabbelt mit blutigem Gesicht rückwärts aus dem Gefahrenbereich. Ich rufe den anderen Russen an, Ruckiverch, Ruckiverch, aber er nimmt die Hände nicht hoch. Er greift in seinen Beutel der um den Hals hinkt und zieht eine Russengranate raus. Ich ziele auf ihn aber, er will es wissen. Bevor er die Handgranate abziehen kann, schieße ich. Zwei Schüsse in die Brust, er sackt zusammen. Der Fahrer ist noch ganz verdattert. Ich schaue mir die Bescherung an, das waren Panzerbüchsenschützen. Wir sammeln die Waffen ein und gehen zurück zum Panzer. Das nächste Mal pinkelst du am Panzerfreundchen, höre ich mich noch sagen. Ich rede schon wie so ein alter Haudegen. Der Funker zaubert etwas Feuerwasser aus der Panzerkiste und es gibt erstmal einen Schluck auf den Schreck. Kameraden gerettet, Feind vernichtet. Wer wohl deren Familien einen Brief schreiben wird. Kameraden gerettet, Feind krank. Entferneubert und Straß. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020